Okay Leute, ich würde mal sagen, aus Nostalgiegründen starten wir einfach erstmal nochmal das Intro, bevor es richtig losgeht. Autorennen wird es auch geben, ich glaube ab dem Jahr 1902, falls wir dahin kommen, können wir daran teilnehmen. Keine Ahnung wie lange das geht, ein bisschen lasse ich nur laufen. Oh, jetzt ruckelte hier der Sound. Ja, es fehlt links minimal, was am Bildschirm, das stimmt. Kann ich vielleicht noch ändern. Ich sehe das leider nicht. Ist denn rechts zum Chat hin, ist da schwarz, ist da noch was frei? Ja, ich nutze die DOS-Box, das ist ein bisschen das Problem. Okay. So, Erlebte Geschichte Teil 2. Ich habe dazu ein Video gemacht, ein bisschen über die Hintergründe. Übrigens hier, ein besonderer Dank an Mercedes-Benz AG und die Ford-Werke. Sehr schön. Okay, Leute. Dann versuche ich, ich hoffe, ich habe Angst, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich versuche das nochmal hin zu rückeln, dass wir das nicht abgeschnitten haben. So. Ah, das war sogar schon hier abgeschnitten. Okay, alles klar. Das hätte ich eigentlich schon sehen müssen. Und jetzt gehen wir nochmal rein. Und ich schätze mal, dass es jetzt hellhaut. Okay. Gut, Leute. So, dann geht's los. Ähm, quietsch mein Stuhl. Kann sein. Wir nehmen den mittleren Schwierigkeitsgrad. Wir müssen uns erstmal überlegen, wie wir heißen. Ich würde mal sagen, wir heißen, also der Chef heißt Walter von Stein. Das ist immer mein... Oh nein, das passt doch nicht. Das kann doch nicht sein. Dann machen wir es so. Walter von Stein. Natürlich ein Adliger. Müsste eigentlich ein Bürgerlicher sein bei solchen Geschichten. Und jetzt ist die Frage. Die große Frage. Die erste große Frage. Wir fangen nicht als Italiener an, sondern als Deutscher. Komisch, diese Fahne. Ist egal. Ähm. Was... Wie soll unsere Automarke heißen? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und da bin ich jetzt... Die Steinheimer Wagen AG. Die Swag. Haha. Das ist keine so schlechte Idee. Walter Stein. Ja, stimmt. Wir sind bürgerlich. Wir sind bürgerlich. Wir sind aufstrebend und bürgerlich. Ich gebe euch recht. Wir nehmen Walter Stein. Steinrad. Litos. Ich finde aber die Steinheimer Wagen AG finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Wir gucken mal, ob das passt. Steinheimer Wagen AG. Ah, passt nicht ganz. Hm. Wir können aber einfach... Wir können auch Swag machen. Oder nee, wir machen das anders. Wir machen Steinheim... Steinheim Wagen AG. Und nennen nachher die Autos... Die Automarke Swag. Swag. SWAG oder so. Die Wallensteiner Auto AG. Wasta. Wasta. Das ist auch gut. Wasta ist auch nicht schlecht. Wasta ist auch nicht schlecht. Die Wallensteiner. Aber Wallenstein ist halt nicht Steinwallen. Nee, das ist doch nicht gut. Nee, also ein bisschen Reminiscenz an Transport Fever finde ich ganz okay. Die Steinheim Wagen AG. Ich lasse es jetzt mal so. Nachher wird das noch lustig, wenn wir die Autos benennen. So, Spieler 2. Lassen wir mal so einfach. Soll der in Italien spielen? Den können wir gar nicht wechseln. Ist Computer. Okay, Leute. Dann geht's los. Spielstart. So, und da sind wir. Jo. Ich werde mal jetzt keine großen Erklärungen machen, sondern nur kleine Erklärungen. Freut dich, dass der Flachwitz immer weiterlebt. Gut, wir sind in unserem Büro. Und wir müssen starten und gehen aufs Fabrikgelände. 250.000 haben wir. Und ich mache jetzt mal was, was ich das letzte Mal nicht gemacht habe. Warte, ich gehe mal zum Kredithai. Ja, jetzt muss ich ihn bloß erstmal finden. Hier haben wir die Zeitung. Hier haben wir das Bilanzbuch. Kommen wir von hier aus in die Kredite rein? Bankverbindlichkeiten. Nee, ne? Wie? Jetzt geht's. Ich bin top vorbereitet. Merkt ihr das? Irgendwo gibt's hier die Bank. Lexikon. Lexikon. Leute, wisst ihr noch, wo die Bank ist? Weltkarte. Personalbüro. Das ist ein... Ich liebe diesen Auftakt. Bilanzbuch. Es muss eine Bank geben, Leute. Ich gehe mal ins Personalbüro. Aber da ist nichts mit Bank zu tun. Rechtsklick auf die Map. Nee, da geht man raus. Ich will... Ah! Zur Bank. Alles klar. Ich dachte, man käme auch so die Bank. Wir müssen nämlich mal gucken. Hier nimmt man nämlich nicht Kredite auf, sondern man stellt gewissermaßen... Also ich teste das mal. Ich nehme mal 1000. Man stellt nämlich, glaube ich, nur gewissermaßen die Verbindlichkeiten ein, die man haben kann. Genau, den Kreditrahmen. 1000 für 13%. Wir machen das mal kurz, aber wir können den, glaube ich, noch erhöhen. Und jetzt gucke ich mal, hat sich hier was verändert? Nein. Also das ist tatsächlich der Kreditrahmen. Und den werden wir jetzt noch ein bisschen ausreizen, weil der hängt nämlich vom aktuellen Kapital ab. Deswegen erhöhe ich den mal. Gucken wir mal. 10.000. Nehmen Sie an. Wir erhöhen den nochmal. Macht er 100.000. Kann sein, dass wir nämlich den ausreizen müssen. Okay, 100.000 geht auch. Es wäre lustig, wenn das jetzt ein Kredit ist, weil Kredit rückt sein. Aber wir müssten Geld abheben. Wir haben nämlich... Also es ist kein Kredit. Wir haben nämlich hier nichts. Gut. 100.000. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir dreizen es mal richtig aus, ne? Kreditrahmen ändern. Guck mal, Chat. Unten im Bild fehlt was. Ja, das hatten wir vorhin schon. Aber das ist minimalst, oder? Ihr müsstet eigentlich fast alles sehen, oder? Ah, man sieht nur bis zur zweiten Auswahlmöglichkeit. Ah, alles klar. Ne, das ist nicht gut. Dann müssen wir leider noch was verändern. Okay, Leute. Dann schalte ich nochmal um. Das kriegen wir noch hin. Danke für eure Geduld bei dieser wichtigen Sache. Ich ziehe es mal ganz nach oben. So, jetzt müsste es hinhauen. Leben im Dispo. Genau. So, wir testen es jetzt mal. Komm. 200.000. Okay, also 200.000 macht er nicht. Dann nach möglicher Kreditür. Das hätte er doch gleich sagen können. Bis 124.000. Das kann er doch gleich sagen. So, Leute. Jetzt haben wir das erste geklärt. Das nächste ist, wir müssen eine Halle bauen. Und zwar als allererstes, als allerwichtigstes. Oder wir gehen mal erstmal durch, was es für Hallen gibt für euch zur Info. Es gibt Fertigungshallen in drei Größen. Klein, Mittel, Groß. Es gibt Kombihallen, Lager und Fertigung in drei Größen. Da kann man sozusagen die unterschiedlich verwenden. Es gibt Lagerhallen in drei Größen. Ne, in zwei Größen sehe ich gerade. Und es gibt Forschung. Kleine Forschung, große Forschung. Dann gibt es noch ein Verwaltungsgebäude. Was das bringt, weiß ich nicht. Also, falls ihr das wisst, könnt ihr gerne mal schreiben. Der Chat ist abgeschnitten. Leute. Aha, Leute. Ich gehe nochmal raus. Irgendwie kriege ich es heute nicht gebacken. Ich weiß gar nicht, wo der Chat jetzt plötzlich geblieben ist. Ich kann das Fenster gleich mal anwählen. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Wartet mal kurz. Fenster. Bei mir ist der Chat gar nicht zu sehen. Ist der Chat noch dabei? Komisch. Möglicherweise kriegen wir es heute mit Chat nicht hin. So. Kein Chat zu sehen. Boah. Okay, Leute. Ich versuche es noch einmal. Jetzt ist der Chat wieder da. Ey, das hat was mit der DOS-Block zu tun. Und jetzt sehe ich den Chat plötzlich wieder. Und jetzt sehe ich den Chat plötzlich wieder. Unglaublich. Unglaublich. Das ist echt wirklich mysteriös, was hier passiert. Gut. Okay. Verwaltungsgebäude. Weiß ich nicht, wozu das Ding da ist. Die Laderampe. Es gibt noch eine Laderampe, die verkürzt die Zeit, in der man die Teile bekommt. Die kann später noch relevant werden. Okay. Wir kaufen jetzt erstmal eine kleine Forschung. Die brauchen wir überhaupt, um Autos erstellen zu können. Das dauert ewig. 34 Wochen. Die Bauzeit muss man immer im Blick haben. Und die setzen wir direkt hier über das Verwaltungsgebäude. So. Dann müssen wir jetzt, und jetzt geht die Klickerei los. Dann müssen wir jetzt hier im Lager Angebote für Bauteile einholen. Und zwar, es gibt drei verschiedene Bauteile. Jedes Auto besteht daraus. Und wir werden am Anfang Bauteile einkaufen müssen. Später werden wir sie selber produzieren. Aber am Anfang müssen wir auf das zurückgreifen, was da ist. Am Anfang ist noch ganz, ganz wenig da. Zufertig weiß ich, was da ist. Deswegen kann ich gezielt fragen. Also, Kleinwagen, Zwei-Zylinder bis 20 PS. Klick, klick, klick. Bis 5 PS. So, jetzt wird er das einholen. Er kümmert sich drum. Okay. Nächstes Angebot. Mit Motoren, Kleinwagen, Zwei-Zylinder bis 10 PS. So. Wir entscheiden dann später, was wir da zusammenbauen und was wir nehmen. Das nächste ist, Fahrwerk, Kleinwagen bis 5 PS. Und Fahrwerk, Kleinwagen bis 10 PS. Okay. Bitte kümmern. So. Dann geht's weiter. Karosserie, Kleinwagen. Komplett offen. Bitte kümmern. Und einholen. So. Und Karosserie, Kleinwagen. Dieses langweilige hat man nicht so oft. Stoff verdeckt. Das ist nur am Anfang ein bisschen nervig. Auch bitte einholen. Und jetzt brauchen wir noch, oder es gibt noch, ist eine Option. Karosserie, Mittelklassewagen. Komplett offen. Gibt es nicht. Okay. Dann versuchen wir nochmal. Mir war es, dass es schon was gibt für Mittelklassewagen. Stoff verdeckt. Oh. Gibt es nicht. Okay. Alles klar. Dann haben wir noch nichts Mittelklasse mäßig. Dann ist die Sache erstmal geklärt. So. Mehr brauchen wir jetzt meines Erachtens nicht machen, außer zur Zigarre zu greifen. Und dann wird jetzt einfach, also eine Runde dauert in der Regel einen Monat. Außer es passiert was, dann wird angehalten nicht. So. Jetzt sind die Angebote von den Zulieferfirmen da. Das ist schön. Brauchen wir aber uns jetzt noch nicht angucken, weil wir eh noch nichts machen können, weil das Forschungsgebäude noch nicht zu Ende gebaut ist. Okay. Weiter geht's. 29. Februar. Nichts passiert. 31. März. Nichts passiert. Aber, jetzt können wir schon mal prophylaktisch eine erste Halle bauen. Und wir beginnen, denke ich mal. Also jetzt ist, jetzt ist so eine Philosophie-Frage. Was ist mal für ein Spielertyp? Da ich seit 25 Jahren oder gefühlt das Spiel nicht mehr gespielt habe oder seit 20 Jahren, habe ich natürlich keine Ahnung mehr. Man kann theoretisch am Anfang richtig knallhart ins Risiko gehen, voll den Kreditrahmen ausschöpfen und gleich mit zwei, drei Wagen auf den Markt drücken. Das möchte ich nicht riskieren, weil ich, wie gesagt, es werden einige Fehler passieren. Deswegen werde ich ganz gemütlich beginnen mit einem Wagen, mit einer Fertigung und dann bauen wir uns langsam auf. Ich denke, das ist der bessere Weg. Wollen wir nur chatten? Das Spiel kann dabei weiterlaufen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, Leute. Ich spiele hier einfach. Gut. Alles klar. Wir bauen und bauen das Ding einfach mal über die Lagerhalle. So, das dauert jetzt auch die Zeit. Später müssen wir wirklich genau auf die Fertungszeit und die Wochen gucken, weil man muss halt seine, den Gebäudebau gewissermaßen schon planerisch auf die zukünftigen Projekte anlegen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung dabei. So, weiter geht's. 30. April. Nix passiert. 31. Mai. Nix passiert. Außer, ihr seht, unseren Kontostand im Übrigen sinken. Das gucken wir uns mal kurz an. Wir haben nämlich schon Kosten. Und zwar Betriebskosten. Und da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher. Leider gibt es das nirgendwo, dass man sich das angucken kann, wo die eigentlich herkommen. Was machen die Betriebskosten aus? Ich glaube, jedes Gebäude, was man hat, hat einfach eine bestimmte Betriebskostenhöhe. Weiß ich nicht. Was wir hier sehen, sind die Jahreskosten. Das sind nicht die Monatskosten. Wir gucken mal. 10.400, was jetzt im nächsten Monat da ist. So, Juni. Gucken wir mal, wie sich die Betriebskosten entwickelt haben. Okay, also 13.000. Also 2.600 Betriebskosten haben wir im Moment pro Monat. Das ist nicht der Zins. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht der Zins. Wir haben nämlich noch keinen einzigen Kredit aufgenommen. Wir haben sozusagen einen Kreditrahmen von 124.000. Aber der aktuelle Stand unseres Kredites ist null. Ganz wichtig. Derzeitige Monatszinsen null. Assassin, ich habe das Handbuch komplett durchgelesen. Als Vorbereitung auf diesen Stream. Also insofern, ich habe mal wieder mein Licht unter den Scheffel gestellt. Ich habe mich extrem vorbereitet. Nein, aber ich habe das Handbuch gelesen. Und da stand leider über diese Details gar nichts drin. Das Handbuch ist toll, ist ganz dick. Die Hälfte des Handbuches ist über die Geschichte des Automobilbaus. Aber leider, diverse Details werden da nicht erwähnt. Zum Beispiel nicht, was eine Laderampe macht. Nicht, was ein Verwaltungsgebäude macht und so weiter und so fort. Ja, früher war ein Handbuch ja Standard. Okay. Also ihr seht, das Geld schwindet. Achso, wir hätten auch einfach hier gucken können, wie viel Betriebskosten wir haben. Oh Mann. 31. Ja. Nicht zur Bank gefunden. So ist das. 31. Juli. 21. August. Okay, die Halle ist erstmal schon mal fertig. Das ist schön. Jetzt können wir mal gucken, erhöht die Halle die Betriebskosten? Wir müssen ja bei 17.200 landen. Im nächsten Monat. Okay. Das heißt, die Halle hat offenbar keine Auswirkung auf die Betriebskosten. Oder vielleicht, weil Monatsende noch nicht ist. Weiß ich nicht. Hm. Klar ist die Halle noch nicht sinnvoll ohne Forschung. Aber ihr seht, wie gut ich das getimt habe. Nämlich jetzt ist auch das Forschungsgebäude fertig. Das war schon ziemlich effizient. Okay, jetzt geht's los. Wir müssen unser Auto designen. Unseren ersten Prototypen. Und den entwickeln wir neu. Gut. Und ich denke, wie gesagt, wir fangen klein an. Wir könnten, jetzt ist die Frage, wir könnten, wir haben zwei Motoren zur Auswahl. Den 4 PS Motor, den 8 PS Motor. Ich würde spontan sagen, dass wir erstmal mit dem kleinsten Modell anfangen und gegebenenfalls nach einer gewissen Zeit mit dem größeren Modell nachlegen. Vielleicht sogar mit dem mittelklasse Modell oder mit dem besseren Kleinwagen. Müssen wir mal gucken. Also, den Anfang bestimme ich mal, dass wir hier den 4 PS mehr nehmen. So. Okay, 230 kostet das. Alles klar. Fahrwerk. Und das ist ganz lustig, das hatte ich schon im Angespielt gemerkt. Wir haben hier das 10 PS Fahrwerk und das 5 PS Fahrwerk. Merkwürdigerweise ist das 10 PS Fahrwerk, wiegt zwar 100 Kilo oder hat eine 100 Kilo höhere Tragfähigkeit, ist also insofern besser, aber ist billiger in der Herstellung. Ganz, ganz merkwürdig. Und für mich gibt es dann keinen Grund, nicht das 10 PS Fahrwerk zu nehmen. Also nehmen wir das. So, und jetzt ist die große Frage, die erste entscheidende Frage. Wollen wir den Start machen ohne Verdeck oder mit Verdeck? Warum dann 4 PS Motor? Ja, wir können auch einen größeren Motor nehmen. Wäre möglich. Stimmt. Könnte man sich auch noch überlegen. Können wir nochmal verändern. Ist halt die Frage, ob man gleich mit dem Leistungsstärksten derzeit einsteigt. Aber ist vielleicht nicht schlecht. So. Ohne, mit, ohne, ohne, mit, mit, ohne, 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 mit, ohne, mit. Ja klar. Warum frage ich eigentlich den Chat? Ein Argument könnte man anbringen. Ohne ist billiger. Außerdem sieht ohne, sieht irgendwie erstmal tendenziell, sieht es stylischer aus, oder? Okay. Also. Ich mach mal ohne. Und jetzt ist die Frage. Wir könnten, wir könnten natürlich jetzt 8 PS da reinhauen. Ist halt die Frage, was unsere Strategie ist. Wenn wir jetzt so starten, ist das sozusagen das Billigste vom Billigen. Und wir würden irgendwie mit dem Kampfpreis einsteigen können. Aber 8 PS ist natürlich auch denkbar. Warum eigentlich nicht? Ich meinte, man könnte dadurch die Kundschaft überzeugen, wie geil ein Auto ist. Wenn gleich 8 PS dabei sind, ist das gleich viel eindrucksvoller. Das spricht eigentlich für 8 PS, ne? Gut. Jetzt müssen wir uns, wir lassen das mal so. Jetzt. Ich hab folgende Idee. Ich hab folgende Idee. Wir werden jetzt. Also das Problem ist bei der Modellbezeichnung, dass man im Lager relativ schnell erkennen muss, was das ist, was man da hat. Deswegen würde ich folgendes vorschlagen. Wir werden bei der Typenbezeichnung folgendes machen. Wir werden... Swag heißt das Ding ja. Und dann machen wir A-Klasse für Kleinwagen. C-Klasse für Mittelklassewagen. S-Klasse für Luxuswagen. Und dann denken wir uns noch irgendwie einen schicken Beinamen aus. und nennen das nach der... Also entweder nummerieren wir das, oder wir nennen das nach dem Baujahr. Ich tendiere eher zum Baujahr. Swag A 96... Sind wir 96 oder sind wir 86? Ich weiß es nicht mehr. So. Und jetzt ist die Frage... Jetzt können wir uns noch einen Beinamen ausdenken. Wie viel Platz haben wir noch? Oh, äh... Sechs Buchstaben. Ne, sieben. Ne, oder? Sechs. Okay, also ein Wort mit sechs Buchstaben. Das ist die Voraussetzung jetzt für die Bezeichnung. Okay, Baujahr ist drin. Also der heißt jetzt Swag A 96. Primus. Primus ist schon mal schön. Nehmen wir gleich. Primus. Finde ich gut. Sehr gut. Sofort angenommen. Okay, perfekt. Damit haben wir unser erstes Modell, den Primus. Gut. Wir werden noch viele, viele Vorschläge, glaube ich, hier berücksichtigen können. Aber das hat mir schon mal gefallen. So. Sind Sie sicher, dass Sie Ihren Fahrzeug kein... Ah! Äh... Mehrganggetriebe. Oh mein Gott. Das sollte ich wirklich noch ändern. Wir können hier an der Ausstattung etwas ändern. Wir können schon drei Gänge hier machen. Später wird noch Luftreifen, Elektrostarte, elektrisches Licht, Lichtmaschine und abnehmbare Räder dazu kommen. Gourki. Schnecke hätte zu viele Buchstaben. So. Getriebe... Nein. Getriebe... Die müssen sich gleich schon... So. Hier haben wir den Swag A 96 Primus. Okay. Jetzt haben wir das. Jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir die Produktion beauftragen. Und zwar neue Fertigung. Hier. Ah... Bitte eine Automobil soll gefertigt werden. Und zwar der Swag A 96 Primus. Jawoll. Der ist es. So. Schauen wir uns die Möglichkeiten an. Wir können am Anfang nur manuell fertigen. Und man kann dann entscheiden, wie viel Fertigungseinheit man einbauen will jetzt erstmal in diese Fertigungshalle. Es ist so, dass jede Fertigungseinheit, 13 passen maximal rein, eine bestimmte Zahl von Produktion ermöglicht und eine bestimmte Zahl von Betriebskosten verursacht. Das sind aber reine, wie soll ich mal sagen, also reine materielle Kosten. Hinzu kommen noch die Lohnkosten. In jeder Fertigungseinheit können 10 Facharbeiter arbeiten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese laufenden Kosten sind quasi hier unten Lohnkosten plus Betriebskosten zusammengerechnet, wenn man jetzt eben 13 Fertigungseinheiten hat. Also das ist immer wichtig. Wir produzieren also 26 Stück im Monat, wenn wir wirklich voll produzieren wollen. Und hätten also pro Stück Fertigungskosten zusätzlich zu den Materialkosten von 346 Dollar. So, ich werde aber, und jetzt kann man aber theoretisch sagen, bitte baue nur, keine Ahnung, 7 Fertigungseinheiten ein. Aber, da man nicht die maximale Zahl von Arbeitern dort einsetzen muss, hat man einfach nur diese zusätzlichen Betriebskosten, die sehr gering sind. Und da jeder weitere Umbau Zeit kostet, und zwar viel Zeit, würde ich immer sagen, wenn man das Geld hat, es kosten natürlich auch einmalige Kosten, muss man dazu sagen, dann sollte man das auch wirklich gleich machen. Und ich denke, das sollten wir in der Regel immer machen, oder dann eher warten. Deswegen richten wir das jetzt für komplett 13 Fertigungseinheiten ein. So, dann ist natürlich die Frage, wie viel Arbeit wir nachher einstellen, ob wir wirklich 26 Stück im Monat verkaufen können, das ist die nächste Frage. Aber so wird das erstmal eingerichtet. So, wir müssen aber erstmal sagen, in welches Lager das soll, das soll hier in das Lager. Und jetzt soll die Abteilung eingerichtet werden. Okay, perfekt. So, das nächste ist, dass wir schon die Teile kaufen müssen. So, hier wird der Primus dann nachher gelagert werden. Und wir werden jetzt erstmal die Teile einkaufen. Und zwar, wir hatten ja den 8 PS Ler genommen. Wir richten erstmal die Teile ein. Fahrwerk 10 PS. Und wir hatten als Karosse das offene Verdeck. So, diese Waterette. Okay. Dann werden wir jetzt... Was stand da? Wir können 26 produzieren. Ich denke... Aber wir werden erstmal... Ich bin mir auch nicht so sicher, wie viel wir... Halt, was mache ich jetzt hier? Hier muss ich hin. So, wir werden jetzt erstmal bestellen. Ich bestelle jetzt erstmal 30 Stück jeweils. Das ist ganz schön viel, 8200. Aber... Ich wage es mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Lieferzeit ist. Ich glaube, Lieferzeit ist in der Regel 7 Tage. So, das ist jetzt bestellt. Jetzt müssen wir warten, bis das hier eingerichtet ist. Bis das umgebaut ist. Und dann können wir arbeiten... Oder dann stellen wir Arbeiter ein. Die Arbeiter, die brauchen 2-3 Tage, ehe wir die haben. Insofern kann man das erst machen, wenn die Fabrik da ist. So. Jetzt werden wir aber das Ding schon mal auf den Markt werfen. Und wir starten... Oh, das ist zufällig. Wir starten in Köln! Ha! Das letzte Mal bin ich in München gestartet. Das ist interessant, weil ich dachte, das wäre festgelegt. Also, wir werden in ganz Europa später vielleicht Autos verkaufen. Wir werden Zweigstellen eröffnen. Es gibt allerdings auch politische Entwicklungen. Wenn der Erste Weltkrieg ausbricht, haben wir ein Problem mit dem Verkauf ins Ausland. Und so weiter und so fort. Forscher einstellen. Wollen wir das jetzt schon machen? Ich weiß nicht. Ich würde... Ich bin mal vorsichtig. Ich würde erstmal konservativ ein bisschen Geld verdienen. Ehe wir auf Forscher setzen. Das kommt später. Gut. So. Jetzt sind wir in Köln. Und werden... erstmal festlegen, welche Autos wir hier verkaufen. Das ist natürlich der Primus. Und jetzt ist die spannende Frage. Wie... Sagt mal... Stand hier... Ah, schaut mal. Ne, wir haben hier nur die Teilkosten, aber nicht die Produktionskosten. Das wäre eigentlich... Wir müssen uns das hier nochmal angucken. Beziehungsweise die Technik. 46 Kilometer pro Stunde fährt das gute Stück. Das ist schon ordentlich. Muss ich mal sagen. So. Jetzt aber. Wie teuer soll das werden? Irgendwo gab es eine Übersicht darüber... Aber wir wissen es ja. Wir haben etwa 1100 Produktionskosten. Und ich würde sagen, wir steigen mal relativ hoch ein. Ne, bei 1100 Produktionskosten werden wir nicht 1000 anbieten. Sondern wir steigen mal mit 3000 ein. Mal gucken. Das werden wir... Das wird sozusagen unsere monatliche Aufgabe sein. Wir müssen jetzt jedes Mal gucken... Verkäufe... Ähm... Ja, Testfahrt. Das machen wir auch irgendwann heute Abend. Aber die Testfahrt ist echt eine Katastrophe. Wir werden... Wir werden gucken, wie laufen die Verkäufe. Wir werden Lager immer zugucken. Und müssen den Preis anpassen. Und so weiter und so fort. Aber ich starte mal mit 3000. So. Gut. Dann... Geht es noch weiter. Wir müssen einen Rabatt rausgeben. Für die Autohändler. Und da würde ich auch mal starten mit 20%. Das können wir vielleicht nochmal testen. So. Das heißt, wir verdienen 2400. Wenn wir das dort so verkaufen. Okay. So. Und jetzt kommt noch Werbung. Da habe ich überhaupt keinen Plan. Was da als monatliches Budget gut wäre. Ich starte mal mit 200. Mal ein bisschen bescheiden. und haue alles auf Zeitungen und Fachmagazine auch da. Das ist wirklich ein großes Geheimnis. Ich weiß nicht, ob die Entwickler selber wissen, wie man nach welchen Kriterien man hier vorgehen soll. Es steht in der Anleitung, dass man beobachten soll, für welche Region welche Form von Werbung am besten funktioniert. So. Und... Na mal gucken, wie wir das denn hinkriegen. Hier sehen wir übrigens unser Firmen-Image. Je besser das ist, umso besser sind unsere Verkäufe. Kann man allgemein so sagen. Okay. Alles klar. Dann haben wir den Start gemacht. Dann, glaube ich, haben wir nichts vergessen. Dann können wir warten, bis der Umbau da ist. Es werden jetzt schon Verkäufe oder Bestellungen einlaufen. 30. Ich gucke mal, ob schon was da ist. Weil da kann man schon mal so ein bisschen sehen, wie es läuft. Tatsächlich. Es gibt schon offene Bestellungen. 22! 22 Bestellungen hier gleich. Und wir haben noch nicht mal die Produktion gestartet. Hier auch nochmal 6. Ich fasse es nicht, Leute. Ich würde mal sagen... Na gut, warte mal. Wir produzieren ja auch... Was produzieren wir? 26? Das ist eigentlich okay, ne? Das ist eigentlich okay. Aber... Ich glaube, ich erhöhe den Preis noch mal ein bisschen. Auf... 3.400. So. Da rollt der Rubel. Noch rollt der Rubel nicht. Nee, 4.500 ist zu viel. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir haben jetzt eine Bestellung von 28. Und wir produzieren 26. Also das ist okay. Das ist okay. So. Läuft die Produktion jetzt? Nee, Umbau ist immer noch. Okay, jetzt sind die Umbauarbeiten abgeschlossen. Und jetzt brauchen wir Personal. Und damit ist klar, dass wir jetzt komplett die... Waren es 130? Ja, es waren 130. Das komplette Personal einstellen. Wir brauchen Fachkräfte, weil wir komplett auf manueller Produktion sind. Erst später, wenn wir richtige Maschinen haben oder so. Naja, ihr wisst. Dann... Dann also richtige Maschinen. Wie heißt denn das? Fließband oder sowas? Obwohl, Fließband spielt, glaube ich, hier noch keine Rolle. Naja, egal. Dann reichen Hilfskräfte. So, 130 Fachkräfte brauchen wir. Ja, versucht das mal. Mehr erstmal nicht. Und dann warten wir, bis die da sind. Ins Auto auslagern kann man nicht. Ja, jetzt sagt er uns, wir haben kein Personal. Ist klar. Aber jetzt wird gleich das Personal kommen. Oh Leute. Aber ich glaube, ein Teilpersonal ist schon da. 100 sind schon da. Die können schon mal arbeiten. Die anderen 30, die kommen, glaube ich, jetzt. Okay, alles klar. Einen Tag hätte ich noch warten sollen. So, okay. Komplett. Wir können noch das Arbeitstempo bestellen. Äh, einstellen. Ich würde sagen, wir machen das schnell, auf schnell. Und... Wir können auch noch. Fällt mir ein. Halt. Wir müssen noch mal ins Personalbüro. Wir können auch noch den Monatslohn einstellen. Haha. Und die Wochenstundenzahl. Ich würde sagen, wir gehen mal mit dem Monatslohn ein bisschen runter. Auf den mittleren Bereich hier. Ich glaube, wenn wir unter den kommen, dann werden sie böse. Hahaha. Genau. Gut. Gesamtpersonalkosten 7.150. Alles klar. Soweit. Jetzt gehen wir zum Monatsende. Jetzt müssten wir schon die ersten bestellt haben. Äh, die ersten produziert haben. Es sind vier schon da. Wie viel produzieren wir? Ich habe das schon wieder vergessen. Waren es jetzt 26? Müssten eigentlich 26 sein. Ich gucke mal, ob sich da was verändert hat. 24. Ich weiß nicht, warum 24. Hat mich letztes Mal schon gewundert. Also 24. Und Gesamtkosten. Hier sehen wir das. Gesamtkosten 1077. Okay. Das heißt, wir brauchen jeden Monat 24. Und jetzt ist die Frage. 24 Teile. Wie weit wir im Voraus den Bestand einkaufen. Das ist jetzt was, was wir wirklich jedes Mal machen müssen. Ähm. 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 Hm. Hm. Ich bin ein bisschen... Also es kann Lieferschwierigkeiten geben. Das muss man wissen. In der Regel so von 14 Tagen. Ich würde jetzt im Moment sagen, wir bestellen immer so, dass wir 35 auf Lager haben. Das ist im Moment jetzt die Zahl. Später, wenn wir irgendwie viel Geld haben, dann können wir auch mehr kaufen. Wobei auch Gebäude abbrennen können. Das ist dann auch hart. Okay. Alles klar. Und wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Das daran muss ich denken. Wir müssen wirklich regelmäßig speichern. Und jetzt muss ich die richtige Schublade öffnen. Ne. Das war die falsche. Ähm. Hier. Laden speichern. Also weil es kann ja doch mal abschmieren. Oder man kann auch mal sich vertippen. Und dann ist man pleite. Das geht auch ganz schnell. Es gibt ja keine Sicherheitsabfrage. Okay. Wir können die ersten vier Autos verkaufen. Hier ist jetzt wichtig, wenn man drei Monate... Also hier sieht man den Eingang der Bestellung. Wenn man in drei Monaten das nicht liefert, dann verschwindet die Bestellung. Und wir können mal gucken, ob jetzt weitere Bestellungen da sind. Das waren die sechs. Hier sind zehn zum teureren Preis. Und hier sechs. Das heißt, es sind nur 16 jetzt zum teureren Preis. Na gut, wir arbeiten das erstmal ab. So, die ersten vier Autos sind verkauft worden, Leute. Es geht aufwärts. Ja, warum lag da eine Pistole? Jetzt ratet mal. So, gut. Nächster Monat. 30. November. Okay. Jetzt müssen wir... Und das ist das, was ich meine. Es wird meditativ masochistisch. Wir müssen jetzt wirklich immer dasselbe machen. Wir gehen zu den Verkäufen. Wir checken den Preis. Ändern gegebenenfalls den Preis. Bestellen Teile nach. Lassen den nächsten Monat kommen. Und manchmal, wenn es ein toller Monat ist, entwerfen wir ein neues Auto oder bauen was Neues. Also darauf habt ihr euch heute Abend eingelassen, Leute. Okay. Okay. So. Wie sieht's aus? Wir können jetzt erstmal die vollen 18 verkaufen. Oh, jetzt klingelt die Registrierkasse. Das ist die nächste Bestellung. Das war die vom letzten Monat. Da können wir nichts mehr. Okay, alles klar. Wir gucken jetzt mal kurz, wie viel jetzt die Bestellungen laufen. 10 und 6. 10 und 5. Die ist tatsächlich runtergegangen. Das heißt, wir haben den Preis zu hoch geschraubt. Also wer da vorhin so für den großen Preis war. Das war Quatsch. Ich passe den Preis nochmal ein bisschen an. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf 3000. Wisst ihr, was wir machen? Ich habe noch eine bessere Idee. Wir machen 99er Preise. Yeah. So. Perfekt. Und was wir jetzt auch gleich machen. Wir werden nochmal eine neue Filiale aufbauen. Das dauert nämlich auch 24 Wochen, Edidas. Kostet uns natürlich was. 38.000. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Investition. Machen wir mal. Okay. Gut. Dann muss jetzt wieder Teile bestellt werden. Und am Jahresbeginn können wir immer gucken, ob neue Teile, also neue Bauteile verfügbar sind. Da können wir den Lagertypen losschicken. Gut. Was hatte ich gesagt? Bei 35 würde ich sein. Aber warte mal, wenn wir nur 24 produzieren. Ja. 36. Bei 36 würde ich sein. Ich will immer anderthalb Wochen vorne sein. Also bestellen wir 25. Wir haben einfach nicht die Finanzreserven. Oh, was mache ich hier? Oh nein. 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 Das kann schon schief gehen. Wenn man schon so einen Fehler macht, dann ist schon alles aus. Es gibt nämlich hier... Okay. Gut. Soweit so gut. Dann... Ich könnte auch gleich die Produktion erweitern. Ja. Vermutlich sollten wir in der Tat überlegen, ob wir gleich in eine zweite Fertigung einsteigen. Aber dann würde ich tatsächlich schon überlegen, ob wir ein zweites Auto bauen. Aber man könnte sich tatsächlich überlegen, ob man die nächste Halle baut. 44.000 kostet es allerdings, aber wir machen das mal. Wir bauen noch eine kleine. Das können wir vielleicht dann bald mal ändern. Vielleicht beim übernächsten Mal oder so. Bauen wir jetzt die nächste Fertigung. 38.000. Okay. Wir gehen Ende Dezember. Oh, schaut mal. Wir haben nur noch 8.600. Also unser Kreditrahmen wird gleich hier fällig. So, und jetzt wird verkauft. 21. Warte mal. Wo kommen die denn jetzt her? Ist das andere verfallen? Oder sind die anderen Sachen dahinter? 31. Dezember. Oh! Schaut mal. Die alten sind jetzt dort. Wir müssen immer zuerst die alten. Okay. Hier sind wir mal 5. Und dann plötzlich 21. Ich glaube, der 99er Preis, der hat es gerissen. Ist ja nicht schlecht. Aber wir produzieren ja auch 24. Insofern ist das, glaube ich, in Ordnung. Den Preis können wir so lassen. Jo. Ich bin mir sicher. Wir werden mal machen. Wir werden immer am Ende des Jahres unsere Umsätze uns anschauen und wie es aussieht. Also wir haben 135. 35.000 Umsatz gehabt. Die erfolgreichsten Automobile waren der Primus mit 53 Stück. Die besten Verkaufsstellen. Köln mit 23. Ja, es gibt übrigens... Achso, das ist wichtig. Es gibt auch freie Autohändler. Und es gibt eben die Verkaufsstellen. Ich weiß gar nicht, ob die Preise noch unterschiedlich waren. So, Vermögensaufstellung. Gucken wir uns auch mal an. Firmenwert liegt bei 345.000. Und Kosten und Erträge. Baukosten, Fertigungsanlagen. Achso, hier haben wir. Werbung, Betriebskosten. Jo, alles klar. So, das wäre es erstmal für das erste Jahr, Leute. Wir haben das erste Jahr geschafft. 31. Dezember. Ne, also so kleinschrittig werde ich das nicht anpassen. Also wenn wir jetzt 24 produzieren und der Verkauf ist bei 21, 22, ist das für mich in Ordnung. Also wir wollen es nicht übertreiben. Oh, James Scotty ist am Start. Sei gegrüßt. Zigarre schmeckt. Ich habe sie mal wieder beiseite gelegt, weil es so spannend ist. Okay. Ja, in der Tat, Zivis, ich glaube das ist so mit den 100er Schritten. Deswegen ist das mit den 99er gar nicht so doof. So, gut. Gehen wir weiter ins nächste Jahr. 1897 kommt. Ich begrüße Sie zur diesjährigen Kür des erfolgreichsten Automobilherstellers. Ich wette, wir sind es nicht. Oh, scheiße. Ich habe es weggeklickt, Leute. Ich habe es weggeklickt. Man darf nicht klicken. Das nächste Mal weiß ich es. Gut. 1. Januar. Das heißt, jetzt ist nicht viel passiert. Wir hatten ja, glaube ich, eingekauft. Wir hatten eingekauft, ne? Ich darf das nicht vergessen, aber ich glaube ja. So, jetzt... Nein! Wir haben nicht eingekauft! Was habe ich für einen Scheiß gemacht? Wir haben das Einkaufen vergessen. Oh mein Gott. Die erste große Panne. Deswegen muss man das Stupide abarbeiten. Oh mein Gott. Was für eine Katastrophe. Ähm, ja. Hä? Ich hatte nur verkauft und dann habe ich in die Bilanzen geguckt, aber ich habe nicht eingekauft. Ich hatte sogar noch den Gedanken dafür. Mann, Mann, Mann. Ein Monat Einnahme verkackt. Die Pistole wird interessanter. Ja, in der Tat. So, na gut. Gut. Jetzt dauert es erst sieben Tage, bis die Teile kommen. Das heißt, wir werden diesen Monat so gut wie keine Autos verkaufen. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Okay. Aber ein bisschen verkaufen wir. Wir müssen dann auch noch immer hinblättern zu den Altbestellungen. Achso, hier waren wir glaube ich, ne? Oder? War da noch was übrig? 31. Jänner. Das war noch eine Altbestellung. Die arbeiten wir noch ab. Das war auch noch eine Altbestellung. Oh mein Gott. Wir kommen nicht mehr hinterher. Aber insgesamt sind die Bestellungen nicht gestiegen. Insofern lassen wir das jetzt mal. Gut. Okay. Das läuft soweit. Erstmal weiter. Wir haben 90.000 und bestellen Teile nach. Okay. Die Registrierkasse ist schon extrem cool, wie ich finde. Und halt, es ist neues Jahr. Wir gucken mal, ob es, ob es sozusagen neue Teile gibt. Wir gucken mal bei den Motoren. Ich gucke mal bei Mittelklasse Wagen. Zwei Zylinder bis 20 PS bis 10 PS. Oh, gibt es noch nicht. Es gibt noch keine Mittelklasse Motoren. Okay. Wir gucken mal kurz, ob es Mittelklasse 5 PS... Warum ist... Wie unterscheidet sich eigentlich Mittelklasse 5 PS vom Kleinwagen 5 PS Motor? Okay. Das gibt es. Interessant. Dann holen wir mal Fahrwerk. Ist glaube ich nicht interessant, aber Karosserie. Mittelklasse. Mittelklasse. Das gibt es. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Und... Karosserie, Mittelklasse, Stoffverdeck. Das gibt es noch nicht. Es gibt also nur offen. Gut. Brauchen wir noch was? Achso. Vielleicht sollten wir doch... Warte mal. Vielleicht sollten wir doch... Ach Quatsch. Ach Quatsch. Vielleicht sollten wir doch bei der Fahrwerk... Hier gibt es ja auch die Unterteilung in Mittelklasse. Machen wir mal... Bis 5 PS. Warum gibt es kein Mittelklasse-Fahrwerk? Verstehe ich nicht. Naja. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles gecheckt. Wir können ja mal spaßenshalber gucken, ob es eine neue Karosse für einen Kleinwagen gibt. Ne. Check ich aber nochmal... Ne, brauchen wir nicht. Da gibt es, glaube ich, nichts Neues. Nach einem Jahr wäre auch ein bisschen blöd. So. Habe ich jetzt bestellt? Ich habe bestellt, glaube ich, ne? Warum liefern wir nur auf Bestellung? Das war damals so, behaupte ich jetzt. Planwirtschaft? Hallo. Jeder vernünftige Betrieb plant. Okay, Leute. Wenn das Ding hier fertig gebaut ist, dann designen wir unser neues Auto. Das ist schon mal angesagt. Neue Angebote von Zulieferern. Die brauchen wir uns jetzt noch nicht angucken. Und Monatsende. Verwaltung. Offene Bestellung. So, jetzt müssen wir gucken. Die Dezember-Bestellung werden wir erstmal abarbeiten. Das ist die Januar-Bestellung. Okay, da haben wir jetzt einen kleinen Verzug, weil wir einen Monat Ausfall hatten. Wir gucken mal, was die Februar-Bestellung sagt. 11 und 8 sind 20. Das Interesse lässt so ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. Wir können ja mal spaßenshalber die Werbung umstellen. Mal gucken auf Plakatwerbung. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Gut. So, jetzt wieder Teile kaufen. Okay, wie viel haben wir? Oh, 129.000. Ey, es geht aufwärts, Leute. 11 und 18 sind 20. Naja. Ungefähr. Ungefähr. So, weiter geht's. 31. März. Okay, März-Bestellung. Gucken wir uns kurz mal an. 11 plus 6. Das Interesse ist weiter zurückgegangen. Offenbar, die Plakatwerbung hat es nicht gebracht. Oder allgemein lässt das Interesse an dem Auto nach. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen was Neues auf den Markt werfen. So, die Januar-Bestellung können wir abarbeiten. Teile der Februar-Bestellung auch. Noch brauchen wir, glaube ich, den Preis nicht verändern. Aber ich werde jetzt nochmal weiter rumtesten. Und gehe jetzt mal auf Ausstellung. Mal gucken. Verkauft haben wir. Verkauft haben wir. Lager-Bestand. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier werden unterschiedlich viel produziert. Gut. Jetzt produzieren wir 26. Wir hatten mal eine Zeit lang 24. Merkwürdig. Naja. Mir soll es recht sein. Wir bestellen einfach 26 nach. Kleine Reserve behalten wir einfach. Okay. Gut. So. Halle ist noch nicht fertig. Die Leute sind eingelernt. Versuchs mit einem Mittelgrad aus Oberklasse und Mittelklasse. Kann ich sparen und mehr verlangen. Schublade 3 ab 23 Uhr, Leute. Gut. Weiter. Die neue Halle ist fertiggestellt worden. Oh, sehr gut. Gut. Das heißt, wir designen was Neues. Und ich würde sagen, wir machen uns mal an einen Mittelklassewagen. Und zwar die Karosse... Da muss ja jetzt eine... Ah! Ah! Okay. Das ist die Karosse unseres Mittelklasse-Wagens. Die wird es sein. Und wir müssen natürlich hier dann auch den... Den... Warte mal. Was ist das denn? Jetzt haben wir mehrere 4 PS Motor. Aber nur einen 8 PS da. Der muss natürlich da auch rein. Und das 10 PS Fahrwerk. Und das 10 PS Fahrwerk. Es ist jetzt dezidiert kein Mittelklasse-Fahrwerk. Aber... Ist mir doch egal. Einmal... Fährt auch nur 46. Der unterscheidet sich nicht gravierend. Er ist halt nur eine andere Karosse. Aber... Wir können in der Ausstattung... Nein! Es ist hier auch noch nichts anderes da. Okay. Dennoch. Wir müssen einfach... Es muss einfach was Neues auf den Markt, Leute. Ihr versteht das, ne? Ist eigentlich das gleiche drin. Sieht nur anders aus. Das ist Marktwirtschaft. Bisschen bequemer. Eine Karosse für den Spießer. Okay. Wir nennen das wieder... Welches Jahr haben wir? Wir haben 97 jetzt, ne? Also... Swag... Ähm... Ich hatte gesagt C. Das ist unsere Mittelklasse. C97. Und jetzt brauchen wir wieder... Einen Namen mit maximal 6 Buchstaben, Leute. Schießt los. Spinne ist nicht werbegeeignet. Kamel... Habe ich jetzt... Aber die ist Assoziation, nicht? Ein Protz. Duett finde ich schön. Duett gefällt mir. Duett klingt... Klingt nach was. Wir nennen das Duett. Hier wird nicht lange gefackelt. Duett finde ich supergut für einen Mittelklassewagen. Prima. Okay. Entscheidung ist getroffen, Leute. Ihr habt wahrscheinlich noch fantastische Ideen. Aber... Das erste, was mir gefällt, nehme ich. So bin ich. So. Primus und Duett haben wir. Ich muss mir kurz nochmal die Teile angucken. Warte mal. Das heißt, wir können ja die gleichen Teile verwenden, ne? Wie praktisch. Wir brauchen einfach nur mehr von dem Motor. Ist ja super. Und neu ist Manchester. Toll. Toll, toll, toll. So. Jetzt müssen wir hier eine neue Fertigung einrichten. Automobilfertigung. Automobilfertigung. Duett. So sieht's aus. Okay, wir sind immer noch bei der manuellen Fertigung. Wir werden das wieder auf Maximum machen. Ganz klar. Und Produktion ist wieder dieselbe. 26 Stück. Oh. Da ist erstmal alles beim Alten. Suchen wir ein Lager aus. Das wird auch das sein. Und bitte die Abteilung einrichten. Okay. Gut. Spinnenvorurteile. Testfahrt machen wir später. Testfahrt ist was ganz Schreckliches. Ähm. 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 Aber. Das machen wir jetzt nicht. Da muss ich noch ein bisschen trinken für. In anderen Städten Werbung schalten. Ne. Man kann nur dort Werbung schalten, wo man Filialen hat. Mr. Seraphim. Ähm. Das ist sozusagen für die eigenen Filialen. So. Wir werden jetzt schon mal die Teile einkaufen. Und zwar. Ist natürlich jetzt mitten im Monat. Die Produktion wird eh noch nicht beginnen. Ach. Wisst ihr was? Das werden wir am Monatsende machen. Wenn wir sowieso die Teile einkaufen. Das stört jetzt auch noch nicht. Gut. Dann. Gehen wir mal zum Monatsende. Und. Verkaufen. Ich muss immer. Ich muss immer mehr merken. In welchem Monat das ist. Wir sind. Das ist ganz wichtig. Wir sind im April. Das muss ich mir jetzt immer sagen. April. 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 Okay. Das ist die März Bestellung. Hatten wir die schon angefangen? Habe ich schon vergessen. Tatsächlich. Ah. Jetzt gucken wir mal. April 11 und 7. Okay. Leicht besser. Oh. Wisst ihr was? Wartet mal. Bevor wir das machen. Ganz vergessen. Wir müssen ja hier. Noch direkt unser neues Auto anpreisen. Duett. So. Wir waren hier beim Preis von 3.099. Dann werden wir hier mal mit dem Preis starten von 3.399. Oder? Nee. Kommt. Ah. Doch. Oder? 3.499. Fangen wir mal hoch an. So. Sehr gut. Rabatt ist glaube ich allgemein für die Geschäftsstelle gesetzt. Das ist insofern okay. Also wir verkaufen hier übrigens in der Verkaufs... Ach. Wisst ihr was? Wir müssen eigentlich was diese Werbung betrifft vor allem auf die Verkaufsstellen achten. Nicht die freien Händler. Aber die freien Händler sind doch immer gleich geblieben. Das waren immer die Elf. Das variierte. Insofern war bisher die beste Werbung doch die Zeitungswerbung. Habe ich das Gefühl. Machen wir es mal wieder zurück. So. Warte mal. Jetzt muss ich es verkaufen. Oh. Jetzt bin ich aus der Reihenfolge raus. Okay. Offene Bestellung. Wir sind im März. Raus damit. Raus damit. Jetzt sind wir erstmals aktuell im aktuellen Monat, Leute. Hervorragend. Das heißt tendenziell produzieren wir ein bisschen zu viel vom Primus. Aber noch haben wir ja so ein bisschen Überhang. Ist also kein Problem. Gut. Jetzt kommt die Bestellung. Hier ist noch Umbau. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir deutlich mehr bestellen. Und zwar. Ich bestelle mal hier 50. Mal gucken, wie sich das einpendelt. Ihr merkt, worin die Arbeit da besteht. Wenn man nachher irgendwie 5, 6, 7 Autos hat, riesige Fabrikanlagen und immer diese Ware nachbestellen muss. Das ist echt Arbeit. Halt. Falsch. Halt. Wir müssen. Oh, wartet mal. Wir müssen die neue Karosse noch einloggen. Die Manchester. Und davon bestellen wir mal 30. Ein bisschen Reserve. Okay. Wir könnten den Rabatt erhöhen. Ja, das ist möglich. Aber wir haben ja noch. Achso. Keine 50. Ah, ja stimmt. Die Karossen habe ich zu viel gekauft. Oh ja. Guter Hinweis. Das ist aber kein Problem. Dann kaufen wir halt nächsten Monat. Brauchen wir keine Karossen kaufen. Wir haben ja ein bisschen Überschuss. Alles gut. Jo, ich habe es kapiert. Danke für den Hinweis. Äh, noch brauchen wir glaube ich nicht Werbung machen. Äh, also beziehungsweise eine Werbung verändern, weil wir immer noch einen Überschuss haben. Das wäre jetzt zu viel des Guten. Okay, wir gehen. Halt, warte mal. Die ist immer noch im Umbau. Verkaufsniederlassung wurde fertiggestellt. Oh, das ist jetzt. Ei. Ei. Das ist natürlich jetzt noch ein anderer Schnack. Ähm. Ähm. Da müssen wir mal hingehen. Hamburg ist am Start. Da wird das, also die Preise werden komplett übernommen. Den Rabatt kann man extra machen. Aber, ich tendiere dazu den Rabatt gleich zu machen, weil sonst wird das irgendwann diffus. Also, das wird sonst in der Buchhaltung, also bei den Bestellungen auseinander dividiert. Wobei ist es vielleicht ganz interessant zu sehen, was in Hamburg los ist und was woanders los ist, ne? Hm. Na, noch ist es interessant. Später müssen wir es vielleicht gleich machen. Ich werde mal den Rabatt in Hamburg ein bisschen höher machen. Und hier müssen wir auch Werbung machen. Wir starten auch hier mal mit einem monatlichen Budget von 200. Und fangen wir mal wieder an mit der Zeitung und Fachmagazin Werbung. Okay, so können wir jetzt schon, sind wir, ne, wir sind mitten im Monat, ne? Das Ding ist immer noch in Umbau. Ja, ich habe Geld. Das stimmt. Wir könnten anfangen, Forscher einzustellen. Das gebe ich zu. Wir warten mal noch den Monat ab. Okay, die Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Jetzt brauchen wir Personal. Okay, Personal einstellen. Jetzt nehmen wir Fachkräfte wieder die 130, die wir benötigen. Ja, machen Sie das bitte. Und, also das Problem ist, man darf mit den Niederlassungen natürlich auch nicht über die eigene Fertigungskapazität wachsen, ne? Weil die haben Betriebskosten, die die Niederlassungen, wenn du jetzt ganz viele Niederlassungen hast, diverse Bestellungen. Na gut, man könnte über den Preis gehen, ne? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Insofern, wisst ihr was? Insofern mache ich das tatsächlich. Wir werden dann die Preise einfach erhöhen. Angebot und Nachfrage. Und ich gehe tatsächlich jetzt erstmal in die großen Städte. Immer wenn wir eine fertig haben, nehmen wir die nächste. Gehen wir als nächstes Mal nach Berlin. 38.024 Wochen. Okay. Machen wir da mal weiter. So. Ja, Personal ist noch nicht da. Wir warten ab, bis das komplett da ist. Jetzt ist es da. Und jetzt wird produziert. Halt, 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 halt. Wir müssen hier noch auf schnell stellen. Ich glaube, der Lohn bleibt sowieso identisch. Ich erinnere mich mal kurz dran. Sind wir am Monatsende eigentlich schon? Ne. Dann lassen wir nochmal den Monat beenden. Einige Bestellungen wurden storniert. Okay. Sind wir nicht nachgekommen? Das wundert mich gerade. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir haben. So. Wir haben sechs von dem neuen Duett. Im Mai. Es ist Mai. Also der Duett, der schlägt noch nicht so ein. Das ist noch die April Bestellung. April Bestellung. Oh, was ist das? Das sind die Filialen. Wir müssen ein bisschen auf drachten. Das sind die Filialen. Wir haben sechs mal hier. Drei dort. Hier sehen wir jetzt. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir sehen jetzt quasi das so aufgeschlüsselt. Ich finde es ehrlich gesagt unübersichtlich. Ich glaube, ich ende das wieder auf 20 Prozent. Wir gucken uns später dann die Filialen an. Das ist irgendwie doof. Das gefällt mir nicht. So, die Mai-Bestellung. So. Noch können wir nicht hinterher. Aber ich glaube, wir müssen was an den Preisen drehen. Ich glaube, der Duett, der kostet zu viel. Würde ich mal sagen. Einmal. Wir brauchen übrigens bei den Preisen immer nur einmal was verändern. Wir gehen mal hier nochmal runter auf 3.399 Euro. Das war meine ursprüngliche Idee. Insofern ist das ganz gut. Yo. Drei und sechs verkauft. Hier sechs und sechs. Wir werden mal hier die Werbung verändern. Mal gucken, ob das Auswirkungen hat. Und. Ja. Das wäre es glaube ich. Okay. So 152.000. Dann werde ich jetzt tatsächlich anfangen mit der Forschung. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Forscher man eigentlich braucht. Wie ist das, Forschung? Wir müssten Ingenieure einstellen. Ja, alles klar. Hat da jemand eine Peilung, wie viele Ingenieure man braucht? Das alte Modell muss natürlich eliminiert werden irgendwann. Ist klar. Was die Konsequenzen unserer Lohnkürzung sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber da wir diese 26 herstellen, die dort auch angegeben wurden, glaube ich, das kann nicht so gravierend sein. Alle. Alles klar. Rabatt in Hamburg umstellen. Ja, stimmt. Guter Hinweis. Ich werde den auch auf 20 Prozent stellen. Dann ist das nicht so diffus. Rabatt. Gehen wir hier auch mal auf 20 Prozent. So. Gut. Max und zwölf. Was auch immer das heißen mag. Ich nehme erst mal zehn Ingenieure. Mal gucken. Machen Sie das mal. Was auch immer die Kosten. Vielleicht hätte ich mich darüber vorher informieren sollen. 227 kosten die. Da setzen wir auch mal ein bisschen. Obwohl, Ingenieurgehalt muss man noch hoch setzen, oder? Aber wir lassen es mal so. Okay. Jetzt nicht durcheinander gekommen. Verkauft haben wir. Wir müssen Teile bestellen. Aha. Maximal zwölf Ingenieure für drei Forschungen. Ah. Alles klar. Werbung erhöhen. Ja. Machen wir noch. Machen wir noch. Warte mal. Noch. Noch haben wir ja nicht zu viel produziert. Okay. Warte mal. Mal kurz gucken. So. Jetzt. Wir verbrauchen hier. Oh. Jetzt muss. Jetzt wird es kompliziert. Also wir verbrauchen wir 26 52. Verbrauchen wir. Ich muss mir das mal aufschreiben. Was für unsere Endzahl sein will. Ich würde mal sagen, ich will entweder 70 ungefähr immer haben bei den Doppelteilen oder 35 bei den normalen. So. So machen wir das jetzt. Ungefähr. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder zu viel bestelle. So. Wir haben aktuellen Bestand 38. Hier haben wir genug. Und beim Manchester bestellen wir noch 10 nach. Okay. Alles klar. Gut. So weit so gut. 152.000. Wenn ihr sagt 12, dann werden wir noch die 2 nachordern. Wenn das Erfahrungswert ist, dann lasse ich mich darauf ein. Dann hol nochmal zwei. Ist ein bisschen merkwürdig, dass wir am Anfang schon die maximale Anzahl von Ingenieuren haben können. Aber gut. Eine Fabrik kann man glaube ich nicht ins Ausland setzen, sondern eine Verkaufsstelle meinst du wahrscheinlich. Jo. Ich glaube Lohndumping hat eine Auswirkung. Der Punkt ist einfach, dass wir beim Lohn ja noch in dem Spektrum geblieben sind. Also wenn wir uns mal hier die Personaldaten angucken. Wir können ja hier auch weiter runter gehen. Also wir könnten hier richtig Lohndumping betreiben. Das hat dann auch Auswirkungen. Ich weiß nicht genau welche. Aber man muss es ja nicht machen. Also ich glaube nicht, dass es gut ist. Aber vielleicht gibt es eine Situation, wo wir das nötig haben. Aber im Moment nicht. So. Die Ingenieure sind verfügbar. So. Das heißt, was können wir jetzt mit denen machen? Auf welchem Gebiet sollen wir entwickeln? Okay. Das ist jetzt die große Frage. Also. Hm. Wir müssen uns jetzt auf irgendwas konzentrieren. Jetzt die Frage, wollen wir... Ich weiß nicht. Für Luxuslimousinen ist es möglicherweise noch zu früh? Vielleicht spezialisieren wir uns da auf einen richtig geilen Kleinwagen. Einen richtig modernen Kleinwagen zu produzieren. Man kann noch mehr Ingenieure haben, wenn man mehr forschen will. Okay. Kübelwagen. Kommt auf die Forschungsprojekte an. Also. Ich könnte mir zwei... Also. Ich glaube, Luxuslimousine ist noch zu früh. Wir könnten halt jetzt nach einem besseres Mittelklasse-Ding oder einen besseren Kleinwagen. Hm. Okay. Okay. Der Chat ist eher für Mittelklasse. Also. Die Volkswagen-Taktik ist ja eher ein gutes, billiges Gefährt für die Masse zu bauen. Hm. Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf die Strategie viel produzieren. Günstig produzieren. Einen guten Kleinwagen raushauen. Ich glaube, aber Zweizylinder ist immer noch... Mehr können wir nicht. Hm. So. Jetzt ist die Frage. Sollte man jetzt schon bis 20 PS? Oder... Ich gucke mal, ob das geht. Wir machen mal bis 20 PS. Mal gucken. Okay. Das ist zu früh. Gut. Dann mach bitte Kleinwagen, Zweizylinder, bis 15 PS. Okay. Legt los. Gut. Was auch immer das jetzt bedeuten mag. Alles klar. Motor wird erforscht. Dann bitte Fahrwerk. Kleinwagen. Bis 15 PS dementsprechend. Okay. Das heißt, jeder Slot sind vier Ingenieure. Ah, ich verstehe. Alles klar. Gut. Verstehe. Und Karosserie. Kleinwagen. Jetzt bitte mit Stoffverdeck. Was? Okay. Ich meinte, wir können ja bei der Karosse was nehmen, was schon da ist. Oder? Ne, wir gucken mal, ob er was anderes entwickeln kann. Kleinwagen. Komplett offen. Es gibt nichts Neues in dem Bereich. Gut. Dann ist das so. Dann würde ich sagen, werden wir... Dann werden wir, würde ich sagen... Vielleicht was noch für unsere Mittelklasse-Reihe. Vielleicht gibt es da eine neue Karosse. Mit Verdeck. Das wäre vielleicht was. Das geht auch nicht. Okay. Hm. Dann lasst uns einen neuen Motor für die Mittelklasse auch mit erforschen noch. 20 PS geht nicht. Oh, warum geht der nicht zu... Warum er nicht in das vorherige Menü springen kann. Das ist auch ätzend. Ach komm, dann erforscht jetzt von mir aus ein 15 PS Mittelklasse-Motor. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Das lohnt sich auch nicht. Leute, wir haben vier Ingenieure zu viel. Die sind... Die wollen alle nicht. Was sollen das jetzt? Was können wir denn noch erforschen, Leute? Habt ihr noch eine Idee? Eventuell gehen zwei Zylinder nicht mit 20 PS. Ich habe aber 15 PS, glaube ich, oder? Fahrwerk Mittelklasse, stimmt. Da haben wir kein Fahrwerk. Das könnte noch interessant sein. Mittelklasse bis 25. Okay. Fahrwerk Mittelklasse bis 15 PS. Gut. Da haben wir immerhin was Neues. Alles klar. Läuft. Forschung schwer. So, da kommt man da rein. Alles klar. Gut. Wir haben jetzt... Wartet mal. Wir haben jetzt die Ingenieure eingestellt. Alles andere war geklärt. Gut. Das heißt, die Produktion läuft. Wir gehen zum Monatsende. Es ist Juni. So, die Juni-Bestellungen sind da. Elf vom Primus, fünf vom Duett. Das ist noch die Mai-Bestellung. Das ist auch. Oh, zehn und elf. Das ist doch schon in Ordnung. Juni. Hier haben wir noch die Mai-Bestellung. Haben wir komplett abgearbeitet. Okay, wir sind jetzt fast auf dem Stand der Dinge. Gut. Das heißt aber, wir produzieren etwas mehr als wir verkaufen. Würde ich sagen. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht. Es wäre ganz cool, den letzten Monat. Kann man das irgendwie sehen, was im letzten Monat verkauft wurde? Wenn wir mal hier hingehen. Verkauf Monate. Warte. Ah, das ist aber undurchsichtig. Fünf. Ist das der letzte Monat gewesen? Oder ist das die Jahresübersicht? Fünf, fünf. Sechs, fünf. Hm. Pass mal auf. Wir machen mal folgendes. Wir erhöhen mal die Werbung jeweils auf 400. Und gucken mal, ob das einen Effekt hat. Auf die Verkäufe. Irgendwie einen Signifikanten. Gut. So. Also. Verkäufe haben wir gemacht. Forschung läuft. Geld haben wir. Die Frage ist, wie lange braucht die Forschung? Also im Prinzip, wir brauchen dann... Also ich würde sagen, wenn wir den neuen Kleinwagen bauen, dann brauchen wir natürlich eine größere Fabrik. Die Frage ist, wie weit im Vorlauf sollten wir die Fabrik bauen? Aber wir haben doch gesagt, dass die Fabrik hat, glaube ich, gar keine großen Unterhaltskosten. Insofern, glaube ich, bauen wir die Halle einfach schon mal. Dauert auch ziemlich lange, 28 Wochen. Wir bauen mal die nächstgrößere Halle. Ich weiß nicht, wie man jetzt hier sinnvoll das eigentlich bebaut, ehrlich gesagt. Ich baue die einfach mal hier rüber. Okay, hauen wir das raus. 154. So, ich glaube... So, ich glaube, wir müssen wieder die bestellen. Okay. Alles klar. Oh Leute, das ist echt... Rechenarbeit. Ohne Ende Rechenarbeit. Immer zu. Ich hasse es. Achso, wir können uns ja an die Zahlen auch orientieren. Eigentlich müssen wir nur das kaufen. In normalen Monaten müssen wir nur das kaufen, was wir hinten verbrauchen. Das ist überhaupt keine Rechenarbeit. Das ist total simpel sogar. Perfekt. Gut. Daran orientieren wir uns jetzt. Okay. So, wir haben 154.000. Ist doch wunderbar. Wir könnten auch... Ne, das können wir nicht. Lagerhallen und Produktionshallen sind unterschiedlich. Wir haben keine mehr Zweckhallen. Brauchen wir ein neues Lager? Das ist eine gute Frage. Ich gucke mal kurz rein. Stimmt, wir brauchen ein neues Lager. Wir brauchen ein neues Lager. Ja, definitiv. Weil wir brauchen zwei bis drei neue Teile und dann natürlich das Auto. Das ist ein guter Hinweis. Insofern wahrscheinlich die Pro-Gamer, die bauen vermutlich diese Mehrzweckhallen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir bauen dann auch gleich eine neue Lagerhalle. Das ist absolut richtig. Lagerfertigung. Ich weiß nicht. Was kostet die denn? 84.000, die mittlere Lager- und Fertigungshalle. Und hier kostet das große 48.000. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, ne? 48.000 und 84.000. Aber es sind Einmalkosten. Und wir sind natürlich deutlich flexibler. Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue das hier. Testen wir das mal aus. Lager- und Fertigung potenziell in einem. Eine Mehrzweckhalle. Ja, ja, ja. Ich speichere mal wieder. Abtrecht. Absolut. Ganz wichtig. Müssten wir eigentlich öfter machen. Definitiv. Ich meinte, noch läuft es stabil, aber man weiß nicht. Okay. Weiter geht's. 31. Übrigens, Kontostand wieder bei 0, ne? Na gut, vor dem Verkaufen. So, was bringt... Welchen Monat haben wir? Ich muss den Monat immer sagen. Juli. Wir sind im Juli. Was bringt uns der Juli? Der Juli bringt uns... Elf Primus, vier Duett bei den freien Händlern. Das geht runter, Leute. Von wegen Werbung. Zehn und elf bei unseren. Das heißt, beim Primus haben wir ungefähr eine gute Produktion. Duett haben wir eine Überproduktion. Definitiv. Okay. Also, wir haben ein kleines Problemchen mit dem Duett, würde ich sagen. Werbung... Ich weiß gar nicht. Hat die Werbung jetzt was verändert? Ich glaube, ja. Die Werbung hat was gebracht. Zehn und elf hatten wir, glaube ich, sonst noch nie. Aber ich denke, ich werde mit dem Preis beim Duett nochmal runtergehen. Den haben wir zu hochpreisig. Der ist ja auch nicht... Jetzt mal ehrlich. Es ist eigentlich nicht viel besser. Ich glaube, die Karosserie kostet irgendwie 50 Dollar mehr oder so. Wir gehen mal auf 3299. Okay. Gut. Bilanz. Die Schublade... Die Schublade 3 wird ab 23 Uhr geöffnet. Okay. Wir müssen wieder bestellen, glaube ich. Geht so schnell. Alles klar. Nein! Ich habe 26. Zu viel bestellt. Egal. Okay. Wir haben 116.000. Gut. 48.000. Mal gucken, wie die Verkäufe jetzt gelaufen sind. Wir sind im August, ne? Die August-Verkäufe. 10,2. Der Primus geht immer weiter bei den freien Händlern zurück. Was ist da los, Leute? Der Primus kommt nicht gut an. 11,10. Ach nee, Quatsch, der Primus. Hä? Warte mal, habe ich jetzt falsch geguckt? Nochmal kurz gucken. Der Primus ist zurückgegangen. Der Duett ist jetzt der Renner. Wow, plötzlich totale Änderung des Marktes, des Marktverhaltens. Was ist da los? Wir haben den Duett jetzt zu billig gemacht, oder was? Okay, also wir haben jetzt, das ist noch alt, alles verkauft. Wir haben keine offenen Bestellungen mehr. Wir haben jetzt eine leichte Überproduktion. Wir müssen den, wir müssen den, den Kleinwagen, glaube ich, ein bisschen billiger noch machen. Wir müssen unter 3.000 kommen. Kampfpreise. Okay. 141.000. Forschung. Wie weit ist die Forschung? Schauen wir mal. Jaja, Preise runter, genau. Wie weit sind wir? 8 und 10 Prozent. Oh, das dauert, das dauert aber seine Zeit. Das ist ja enorm. So, alles klar. Möglicherweise müssen wir vorher noch ein Produkt überhaupt, was mir gerade einfällt. Wenn wir ernsthaft jetzt unser eigenes Auto bauen, dann brauchen wir natürlich viel mehr Fabrikhallen, weil wir ja die Teile herstellen müssen. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber das ist ja noch lange hin. 8 bis 10 Prozent. Ich bin am überlegen, ob wir möglicherweise eine Zwischenlösung machen. Das heißt, unser drittes Auto noch mit Fremdteilen herstellen, weil die Forschung doch lange dauert. Eine Influencer-Kampagne. Wir brauchen den Primus bald nicht mehr. Das stimmt, da haben wir natürlich eine Fabrikhalle frei. Das ist richtig. Na gut. Ich habe jetzt vor lauter Quatschen vergessen, ob ich schon bestellt habe. Ne, habe ich noch nicht. Es ist Wahnsinn. Also es geht alles so schnell. Gut. Also wir haben, warte mal, wir haben neun Primus über und elf Duett über. Mhm. Naja. Okay. Im Zweifel, wir können auch Arbeiter entlassen. Ist auch kein Problem. Wo liegt die Zigarre? Ach, hier hätte ich nicht so viel bestellen müssen. Egal. Ja, die Runden gehen so schnell vorbei. Trunk. Weißt du, normalerweise bei den rundenbasierten Spielen bist du doch irgendwie eine halbe Stunde, in einer Runde beschäftigt, was immer zu etwas anderes. Und hier, zack, 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 zack. Die Runde, jede Runde zwei Minuten und man macht immer dasselbe. Und Kinder. Äh, stimmt, ist das sehr schlimm. Wir kriegen bald eine neue Filiale. Das ist noch ein guter Hinweis. Okay, gehen wir mal in den nächsten Monat. 30. September 97.000. 30. September 97.000. Das ist alles okay. Bilanz. So, offene Bestellung. Okay, der Primus ist wieder vor dem Duett bei den Händlern. Echt merkwürdig. Na, der Preis macht es jetzt. 11,6. Und hier 12,10. Das heißt, Duett 16. Und bei Primus sind wir bei 23. Leute, schreibt den Primus nicht ab. Hier wird schon gesagt, wir brauchen den Primus nicht mehr. Würde ich nicht sagen. Nur ein bisschen die Preisanpassung. Ich meinte, wir machen immer noch fette Gewinne, wenn ihr bedenkt, was für eine Produktionskosten das hat. So, 175.000. Hier wird fleißig gearbeitet. Der Primus läuft noch Jahre. Das glaube ich auch. Und Berlin kommt auch noch hinzu. Genau. So, Lagerbestand. Wir kaufen wieder ein. Ich denke, wir werden die Primus auch im Verkauf halten, wenn wir einen neuen Kleinwagen haben. Weil es gibt immer die Leute, die nicht so viel Geld haben. Bisher vielleicht. Und da muss man auch für die Angebote haben. Das ist auch eine Frage der sozialen Verantwortung. Werbung der Gesellschaft gegenüber. Ja, die Forschung wird... Das geht langsam. Da brauchen wir nicht jeden Monat gucken. Ich habe den Eindruck, das geht monatlich ein bis zwei Prozent hoch. Also das ist echt... Das ist doch Wahnsinn. Kann man das nicht verschnellern? Vielleicht wisst ihr was? Wir geben mal den Ingenieuren mehr Geld. Werbung hoch auf 1000. Du müsstest nur zwei Autos mehr verkaufen, um das zu kompensieren. Ja. Man muss natürlich jetzt nur den Gewinn berechnen. Ja. 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 Okay. Wir können noch ein bisschen mehr hochstellen. Das stimmt schon. Wir werden mal den Monatslohn anpassen. Der Ingenieure. Leute, die viel leisten für die Gesellschaft, die müssen auch gut bezahlt werden. Wir gucken mal, ob das irgendwie eine Auswirkung hat. Wir machen mal 260. Und halt. Ich wollte hier drin bleiben. Und dann... Ne, was wollte ich jetzt gerade? Warte mal kurz. Ach so, die Werbung. Die Werbung. Blöderweise muss man... Das muss man in jeder Filiale machen. Wir hauen mal, wirklich mal testweise, die Werbung mal auf 800 hoch. Oh Gott, das ist echt Arbeit, hier die Werbung einzustellen. Also das sollten wir, ehrlich gesagt, nicht so oft ändern. Das ist ein bisschen... Also wir sollten die Preise drehen, aber die Werbung sollten wir irgendwie einen schönen Mittelweg finden und nicht immerzu auch noch die Werbung ändern. Gut. Incentives und Boni brauchen die. Okay, gut. Hatten wir jetzt schon... Hatten wir schon die Teile bestellt? Hatten wir schon verkauft? Habe schon irgendwas gemacht im September? Ich glaube, ich weiß es schon wieder nicht. Das ist schrecklich. Ja, wir haben alles gemacht. Ich gucke mal, ob wir die Teile bestellt hatten. Ich muss mal das System einhalten, dass wir die ganzen Special-Aktionen immer nach den Standard-Aktionen machen. Dann vergesse ich das nicht. Ja, wir haben alles schon gemacht. In Hamburg mal Werbung auf Ausstellung. Ja, dazu müsste man jetzt... Könnten wir auch mal machen. Wir können mal die Werbung verändern. Leute, ihr habt zu viele Vorschläge. Haben wir das letzte Mal 7 und 5 in Hamburg verkauft? Ist das immer der monatliche Verkauf? Ich glaube, ja. Schaut mal. Das ist der monatliche Verkauf. Okay, das ist jetzt ein gutes Indiz. Wir machen mal Ausstellungswerbung. Und merken uns... Aber wir haben jetzt halt... Das Problem ist... Halt, stopp. Das ist scheiße, das jetzt zu verändern. Weil wir jetzt keinen Vergleichswert haben. Wir haben jetzt die Werbung erhöht. Um das vernünftig zu vergleichen, muss der gleiche Werbetyp da sein. Sonst haben wir keine echte Vergleichsbasis. Ihr versteht, was ich meine. Die Verkaufsniederlassung wurde fertiggestellt. Sehr schön. Das Problem ist, ist jetzt Monatsende oder ist es nicht Monatsende? 29 Oktober hat er 30... Ich weiß es nicht. 29 hat er bestimmt nicht, ne? Aber ich will nichts riskieren. Wir machen einfach alles schon. Wir tun, als wäre Monatsende. Machen wir erstmal die Basics. Und guck... Nein! Ach, die Bestellungen kommen immer wirklich zum Monatsende rein. Ah, das ist interessant. Okay. Berlin ist da. Berlin kriegt auch Werbung von 800. Das ist im Moment unser Standardbudget auf Zeitungen. Der Rest... Ne, halt. Wir müssen den Rabatt natürlich noch stellen. Und dann werden wir gleich die nächste Verkaufsstelle in München starten. Wir haben es ja. So, das war noch kein Monatsende. Wichtig. Jetzt ist Monatsende. Jetzt sind auch erst die Bestellungen da. Und... Warum drittel ich die Werbung nicht? Könnte man auch machen. Ja. Äh... Klar. Ne, im originalen Handbuch steht... Stopp. Im originalen Handbuch steht, Werbeeinnahmen sollen etwa 6 bis 10% des Umsatzes der Filiale haben. Das steht im Handbuch. Das können wir uns jetzt mal überlegen. Insofern... Das könnten wir sich tatsächlich mal angucken. Warte mal. Wir haben einen Umsatz von 30.000. 3.000 sind 10%. Boah. Das ist ja der Hammer. So viel Werbung soll man machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin geizig. So, was ist jetzt hier los? Offene Bestellung. 10 und 6 hat sich bei den freien Händlern nichts getan. Bei den Filialen... Uh. 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 Leute. Wow. 20 und 16. Und das ohne München. Okay. Also Werbung zieht doch richtig. Und das ist... Das lohnt sich ja... Das lohnt sich ja wirklich. Okay. Ich gebe zu. Wir können die Werbung hochhauen. Aber stopp. Wir müssen natürlich auch ein bisschen die Werbung an unsere Produktion jetzt noch anpassen. Weil wir produz... Wir ver... So viel produzieren wir gar nicht von Primus. 30 und 22. Also im Moment ist alles super. Boah. Krass. Okay. Wow. Das lief gut. Gut. Also ich gehe jetzt noch nicht mit der Werbung hoch. Einfach weil wir gar nicht... Das am Ende... Wenn wir jetzt wieder so eine Steigerung haben. Wir müssten dann die Produktion ausdehnen. Wir könnten natürlich auch mit dem... Mit der neuen Halle... Können wir natürlich ein bestehendes Auto mehr bauen. Das ist natürlich auch möglich. Warum sollen wir immer was Neues machen, wenn irgendwas gut läuft? Müssen wir uns auch gut überlegen. Okay. Lagerbestand erstmal. Wieder. Warum jetzt eigentlich 49? Warum variiert das immer? Offenbar produzieren wir immer unterschiedlich. Hier werde ich mal ein bisschen weniger machen. Weil wir einmal zu viel hatten. Okay. Dann schaue ich nochmal bei der Forschung vorbei. Ob sich hier irgendwas... Ich habe das Gefühl, Leute... Die Motor... Ich weiß nicht, warum hängen die Motor Leute hinterher. Aber ich habe das Gefühl, die Gehaltserhöhung hat hier richtig Motivationsschub gegeben. Ich gönne mir erstmal ein. Ne, warte mal. Ich gönne mir erstmal ein am Jahresende. Aber wir fangen jetzt nicht so an wie bei Papers, please. Aber am Jahresende werde ich mich ein bisschen ausspannen und zurücklehnen. So, die Bestellung haben wir gemacht, ne? Wir haben so viel Geld. Haben wir die Bestellung wirklich gemacht? Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Ja. Wir haben die Bestellung gemacht. Wir hatten auch noch keine Katastrophe, noch keine Lieferschwierigkeiten, noch keinen Brand in der Fabrikhalle. Was ist hier los? Es läuft einfach zu gut. Man kann den Forschungsprojekten Namen geben. Ist das so? Ich meinte, wir haben ja hier... Ah! Ah! Okay. Das ist ja gut zu wissen. Hier hatten wir, glaube ich, einen Motor 15 PS oder so hatten wir. Kleinwagen. Oder, ne, dann bleiben wir mal bei unserer Bezeichnung A. Das ist ja noch ein guter Hinweis. Sehr schön. Fahrwerk war, glaube ich, auch 15 PS A. Und dann hatten wir ein Fahrwerk 15 PS C, glaube ich, ne? Das war unser Mittelklasse-Fahrwerk, wenn ich mich recht entsinne. Stand da vielleicht auch. So, 30. November. Warte mal. Jetzt erst mal die Verkäufe checken. Wir sind hier wieder bei den 10.4. Und auf der nächsten Seite bei 20.17. Ist doch gut. Wobei, jetzt ist ja die neue Filiale schon dabei. Insofern war das jetzt keine super Steigerung, ehrlich gesagt. Wartet mal. Da gucken wir mal. Berlin hat es nicht gerissen. 6.7. Hamburg doch 6.7. Das heißt, überall ist es ein bisschen zurückgegangen. Das ist ja ungewöhnlich. Übrigens, der Marktanteil spielt hier auch eine Rolle, was die Verkäufe betrifft. Man muss also langfristig möglicherweise hier sich aufbauen. Wir sind hier beim Marktanteil von 3% allerdings nur. Hm. Na gut. Zu viele Forscher auf Karosse und Fahrwerk. Ja, man kann immer nur maximal vier Forscher wohl auf ein Projekt setzen. Bei allen sind vier drauf. Motor ist wahrscheinlich einfach schwieriger zu erforschen. Kleiner Marktanteil, mehr Werbung. Ja. Das wird wohl so sein. Gut. Wir brauchen was Modernes. Ach, naja, Leute. Jetzt mal ruhig. So. Wir holen erstmal... Ne, wir machen erstmal... Im nächsten Jahr gibt es vielleicht was Modernes. Dann gibt es neue Bauteile. Möglicherweise. Am Jahresanfang werden die Pläne geschmiedet zu den neuen Autos. Wir sehen hier unter dem Bestand übrigens, wir haben vom Duett 22 und vom Primus haben wir 0. Der Primus verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot, Leute. Ja. Ein Knopf kaufe alles nach Verbrauch. Das wäre richtig gut. Aber so weit waren die damals noch nicht. Okay. Wir sind fast am Jahresende, Leute. Sehr, sehr schön. 31. Dezember. Wir sind am Jahresende. Wir gucken, wie es erstmal mit den Verkäufen gelaufen ist. Freie 10, 9. Der Duett holt auf. Hervorragend. Und hier haben wir 20 und 18. Ey. Leute, wir haben jetzt... Wir produzieren weniger, als wir verkaufen. Der Primus, den haben wir nicht mehr. Krass. Gut, bevor wir jetzt die Jahresbilanz machen, werden wir wieder die Anpassung machen und erstmal bestellen. Damit wir das nicht vergessen. 49. 49. 49. Okay. So. Jetzt kommt die Jahresbilanz. Da können wir schön... Jetzt gönne ich mir mal ein Whisky und wir gucken mal ein bisschen... Analysieren ein bisschen die Bilanzen. Speichern. Oh ja. Du kannst unten auch auf den Gesamtwert klicken, um alles auf einmal zu verkaufen. Oh, das ist noch ein guter Hinweis. Das spart immerhin 2-3 Klicks. Wobei, diese Klicks sind irgendwie geil. Diese Verkaufsklicks. Okay. So, halt Whisky zuerst. Jetzt kommt die Logistik. Mindestbestand ist gleich Meldebestand minus täglicher Verbrauch mal Lieferzeit. Ja, aber da wir keine Lagerkosten haben und so weiter, ist das kein Problem. Ja, es gibt Lieferschwierigkeiten, in der Tat. In der Regel sind die bei 14 Tage. Primus könnten wir vielleicht erhöhen. Ja, vielleicht. Denke ich auch. So, wir gucken erstmal uns den Jahresumsatz an. Wow, Leute. Leute. Ist das eine Bilanz? Ist das eine Gewinnsteigerung? Nein, das ist eine Umsatzsteigerung. Keine Gewinnsteigerung. Aber das kann sich sehen lassen. Gönnen wir uns mal ein. In Prozent können wir uns das nicht angucken. So, dann die erfolgreichsten Automobile. Also vom Primus haben wir, ich glaube, das ist eine Gesamtstatistik. Ja, das ist keine Jahresstatistik. 150 vom Duett. Die besten Verkaufsstellen. Köln führt vor Hamburg, vor Berlin. Klar, die sind ja auch nicht gleichzeitig eingestiegen. Bankverbindlichkeiten haben wir keine. Vermögensaufstellung 823.000. Ich glaube, wir haben den Firmenwert mehr als verdoppelt. In einem Jahr. Das ist eine solide Bilanz, würde ich mal sagen. Gibt es bei Kosten und Erträgen irgendwas zu gucken? Umsätze. Bauteile 366.000. Personalkosten 153.000. Werbung 10.000. Joa. Gut. Achso, Ertrag. Das ist sozusagen der eigentliche Jahresgewinn. Alles klar. Offene Bestellungen hatten wir abgearbeitet. Joa. Das jetzt erstmal dazu. Jetzt ist die Frage, müssen wir irgendwas tun? Im neuen Jahr müssen wir mal nach neuen Teilen gucken. Und die Aktionäre stoßen an. Ne, Steuern gibt es tatsächlich nicht. Die Bilanz ist falsch in dem Game. Was heißt das denn? In der Realität wären jetzt Steuern fällig, ja? Das ist mir bewusst. Wir könnten die Löhne ein bisschen senken. Ja, genau. Wir haben mega fett Gewinn gemacht. Senken wir erstmal ein bisschen die Löhne. Ich finde den Gedanken gut. Bin dabei. Das machen wir, Leute. Ich finde, ihr habt genau den richtigen Zugang zu dem Spiel. Ich finde, Monatslohn wird direkt mal um 1 gekürzt. Und bei den Ingenieuren wird er um 1 erhöht. Das ist halt Umverteilung, ne? Gut. Die Idee war, beim Primus den Preis im Moment ein bisschen zu erhöhen. Und ich denke, das ist richtig. Weil wir kommen nicht hinterher mit der Produktion. Genau. Shareholder Value. So. Wir gehen wieder über 3.000. Wir stoßen wieder über die magische Grenze von 3.000. Okay. Der Duett ist hier mit 3.299, glaube ich, gut eingepreist. Würde ich mal sagen. Das kann so bleiben. Alles klar. Dann warten wir jetzt mal diese Versammlung ab. Aber ich glaube, wir werden da nicht Erster. Rabattaktion bei Primus. Zum Jahresende hat die Bilanz veredelt. Ja. Okay. Stimmt. Wir haben die ganze Lagergeschichte gemacht. Habe ich mir extra... So. Jetzt klicke ich nicht weg. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung. Es freut mich auch heute wieder, unseren begehrten Preis dem Aufsteiger des Jahres überreichen zu dürfen. Die Steinheim Wagen AG. Firmwertsteigerung von 137%. Leute. Wir sind am Start. Fantastisch. Fantastisch. Unglaublich. Schon im zweiten Jahr unserer Existenz gewinnen wir hier den Preis der Automobilbranche. Wahnsinn. Darauf erst mal ein bisschen Zigarre. Ob wir noch eine üble Aktion gegen Gewerkschaft erstarten können. Leider ist das Spiel noch nicht so fortschrittlich. Löhne runter, dann kann keiner mehr ein Auto kaufen. Doch, Andu, du hast was falsch verstanden. Die Autos, die werden hier von den Ingenieuren gekauft. Deswegen machen wir da die Löhne hoch. Okay, Leute. Wir müssen jetzt was Nerviges machen. Wir müssen jetzt nach Teilen fragen. Angebot für Bauteile. So. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt die Motoren, an denen wir arbeiten, kriegen wir jetzt wahrscheinlich auf dem Weg. Wir gucken mal. Also 15 PSler gibt es noch nicht. Das ist gut. Das heißt, wir sind noch. Warum gehe ich da raus, Leute? Wir sind noch sozusagen up to date. Gut, dann fragen wir mal bei Motoren, bei Mittelklassewagen nach. Da gab es, glaube ich, noch nicht mal 10 PS Motoren oder sowas. Das gibt es tatsächlich auch noch nicht. Okay, wow. Gut. Dann fragen wir bei Fahrwerken nach. Kleinwagen. 15 PS ist das nächste. Gibt es auch noch nicht. Okay, wow. Dann fragen wir bei Fahrwerken nach. Mittelklassewagen. Da gab es das letzte Mal noch nicht mal 10 PS. Gibt es auch noch nicht. Okay, es gibt dieses Jahr nicht viel Neues. Dann fragen wir nach bei. Ach, wisst ihr was? Wir können mal spaßenshalber. Nachfragen. Ne. Wir fragen mal bei den. Erstmal noch Karossen. Wir arbeiten das mal ab. Karossen. Kleinwagen. Komplett offen. Nix Neues. Karossen. Karossen. Kleinwagen. Stoffverdeck. Nix Neues. Karossen. Mittelklassewagen. Komplett offen. Nix Neues. Karossen. Mittelklassewagen. Mittelklassewagen. Stoffverdeck. Nix Neues. Aber jetzt fragen wir mal nach. Luxuswagen. Karosserie. Luxuslimousine. Stoffverdeck. Gibt es nicht. Und. Also Karosserie ist eigentlich das Wichtigste. Weil das sieht anders aus. Und dann denken die Leute, es ist ein anderes Auto. Okay. Also Luxus geht überhaupt noch nicht. Das heißt, Leute, es gibt nix Neues. Wir können von der Seite her nix Neues bauen. Mehr Zylinder. Könnte ich auch nochmal anfragen. Motoren. Kleinwagen. Ich frage mal drei Zylinder an. Und dann mal wenig. 1310 PS. Ne. Gibt es auch nicht. Ich denke, das wird bei den anderen dann auch so sein. Okay, Leute. Jo. Es gibt nichts Neues. Deswegen forschen wir ja. Genau. Wie weit ist die Forschung? Gucken wir nochmal. 18 und 26. Oh ja, das geht voran. Vielleicht am Jahresende. Man kann noch mehr Forscher holen. Aber die müssen dann neue Projekte erforschen. Und wir hatten ja beim letzten Mal gesehen, dass sozusagen das mit neuen Projekten... Ich meine, vielleicht sind jetzt andere neue Projekte möglich. Passt mal auf, wir machen mal folgendes. Wir holen uns vier neue Ingenieure und testen das einfach mal. Und testen mal, ob dort neue Forschung ist. Wobei ich jetzt nicht Bock habe, irgendwie alles durchzutesten. Aber das, was für uns interessant ist. Wisst ihr, was zum Beispiel für mich interessant ist? Eine Karosserie für einen Luxuswagen. Mach mal Stoffverdeck. Ne, da ist nichts. Okay. Also ehrlich gesagt, ohne neue Karosserie braucht man kein neues Auto auf den Markt werfen. Insofern ist das das Entscheidende jetzt eigentlich. Gucken wir mal die Karossen durch. Also bei offenen ist nichts dabei. Mittelklasse. Stoff. Ist auch nichts dabei. Kleinwagen. Offen ist nichts dabei. Und Karosse. Kleinwagen. Stoff. Ah! Oh! Oh, Leute! Wir können ein neues Ding erforschen. Ja, ist doch perfekt. Das wird unser neuer Kleinwagen. Das ist den, den wir hier schon vorbereiten. Ja, wunderbar. Stoffverdeck. Verarbeitung sehr gut. Prima. Super. Okay. Ich wollte eigentlich den Namen jetzt noch verändern. Kann ich das irgendwo? Ja. Okay, perfekt. Trabant-Kübel. Trabant-Kübel. Der sieht nicht hässlich aus. Das wird, das wird noch unser Bestseller. Erzählt nix. Das Outer hat auf jeden Fall swag. Genau. Das würde ich auch sagen. Gut. Wir haben eigentlich jetzt im neuen Monat erstmal nichts zu tun, weil wir alles erledigt haben. Ähm... So, die Halle ist fertig. Toll. Jetzt haben wir eine schöne, große Fertigungshalle. Und wir wissen nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Wir können sie erstmal leer stehen lassen. Ist auch kein Problem. Wir könnten vorhandene Produktion ausbauen. Das wäre auch möglich. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das lohnt. Sauron fragt, ob ich sicher bin mit den vier Ingenieuren pro Forschung. Naja, ich glaube, der Chat war sich da ziemlich sicher. Speichern. Sind wir schon wieder beim Speichern? Ja. Okay, also es wäre eine Möglichkeit, dass wir hier den Primus quasi in voller Last bauen. Und dass wir dann quasi eine Produktion dort umlagern. Eine hier schließen oder dann gegebenenfalls dort was anderes produzieren. Hm. Könnte man machen. Es ist aber natürlich, ist die Frage, ob man jetzt mit der Produktionsausweitung auf so ein altes Auto setzt. Dann könnten wir die Werbung tatsächlich. Stimmt. Man könnte die Werbung drastisch erhöhen. Ja. Ist ein Argument. Ist ein Argument. Dann starten wir hier eine neue Fertigung. Und zwar für den Primus. Oder? Für den Duett. Ich meine, der Duett hat sich jetzt nicht so super toll verkauft, ehrlich gesagt. Das ist jetzt die große Frage. Primus oder Duett? Wir könnten allerdings, stopp. Wir könnten allerdings in die kleine Fabrik dann auch das andere Auto, was wir hier nicht reinnehmen, könnten wir reinnehmen. In dem Falle. Insofern ist es eigentlich fast egal. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Primus hier rein. Der Chat liegt falsch mit den Ingenieuren. Okay, das können wir relativ leicht nachprüfen. Aber wir hauen hier erstmal den Primus rein, würde ich sagen. So, hier passen 27 Fertigungseinheiten. Die richten wir auch komplett ein. Manuell. Mehr geht nicht. Jetzt haben wir natürlich noch nicht das neue Lager. Ist egal. Das passt zumindest hier rein. Achso. Ist ja auch der Primus. Ist ja Quatsch. Geht ja eh da rein. Ja, richten Sie das bitte ein. So, jetzt checken wir das einfach mal, ob wir noch eine neue Forschung. Ich mache jetzt mal eine billige Forschung. Mittelklasse. Zwei Zylinder. Fünf PS. Ah. Wenn die Forschung möglich ist, dann stimmt das nicht mit den Ingenieuren. Okay, das ist tatsächlich möglich. Dann stimmt das nicht mit den Vieren. Dann haben wir im Moment zu viele Ingenieure am Start. Aber ich will das nicht erforschen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Kommt, dann erforschen wir das. Das geht auch. 15 PS. Okay. Dann machen wir noch die nächste Forschung. Motor. 15 PS. Oder vielleicht. Es kann natürlich sein, dass jetzt der Rest langsamer geht. Wenn das System so ist. Vielleicht ist das ja auch. Funktioniert das auch so. Dass man quasi. Halt. Halt, halt, halt. Was ist denn das hier? Plötzlich ist der Balken weg. Okay. Was sagt uns das denn jetzt? Warte mal. Wir haben jetzt 16 Forscher am Start. Okay. Wir haben 16 Forscher eigentlich eingestellt. Aber 3 Forschungen sind nur möglich. Aber 16 durch 3 kann man nicht teilen. Dann stimmt das irgendwie nicht mit den Zahlen. Was ist die Logik dahinter? Wie viel müssten es sein? Ich stelle noch mal 4 weitere ein. Und dann testen wir das mal durch. Das müssen wir jetzt rauskriegen. So bitte noch mal. Oder warte mal. Wie viele Ingenieure haben wir eigentlich? Wir haben. Steht irgendwo, wie viele wir haben? 12. Ach, schaut mal. Wir haben doch auch 12. Wisst ihr was? Das stimmt mit den 4 Ingenieuren. Die 4 Neuen. Die sind noch gar nicht da. Die sind noch gar nicht da. Die sind noch gar nicht gekommen. Also der Chat, also derjenige im Chat hatte recht. 4 ist richtig. Und wenn wir die 4 zusätzlichen haben, dann ist die 4. Forschung möglich. So ist es. Alles klar. Wir haben es rausbekommen. 4 stimmt, Leute. 4 stimmt. So, weiter geht's. Die neue Halle ist fertiggestellt. Das ist diese Mehrzweckhalle. Da müssen wir nachher mal gucken. Lage einrichten. Brauchen wir später dann erst. Ob ich vergessen habe bei der Bestätigung? Ich glaube, die 4 kommen im nächsten Monat. Oder ich habe es vergessen zu bestätigen. Kann auch sein. Warten wir es mal ab. So, Bilanzbuch, Leute. 16,16 von den Händlern. Wow. Von den... Und nur 5 von den Filialen? Was geht denn jetzt ab, Leute? Was geht denn jetzt ab? 17,17. Ach, das sind andere Filialen. Warum ist das jetzt extra gekommen? Okay. Gut. Also der Primus, der muss auf jeden Fall mehr produziert werden. Da sind wir auf jeden Fall richtig unterwegs. Alles klar. Wir lassen auch nicht mal den Preis. Wir lassen mal ein bisschen die Bestellung anwachsen. Weil wir jetzt gleich die Umstellung haben. Und dann den Primus so richtig durch die Decke gehen lassen. Ach, der Rest war die Dezember-Bestellung. Ah, okay. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, verdammt. Dann hätte ich das andere erst machen müssen. Alles klar. Gut. Dann war die Januar-Bestellung doch nicht so gut, oder? Wisst ihr was? Ich glaube, irgendwas ist mit den 4 da schief gegangen. Ich stelle nochmal 4 ein. Vielleicht dauert das auch länger, die zu bekommen. Ist auch kein Problem. So, Lager-Bestand. Machen wir erstmal normal alles. Ach, Quatsch. Okay, wie viel haben wir hier? 0 und 8. Das ist alles in Ordnung. Würde ich mal sagen. Das ist soweit in Ordnung. Wir werden... Aber wir haben so viel Geld. Wir investieren jetzt direkt nochmal in den nächsten Standort. Nämlich in Frankfurt. Okay. Okay, die Umbararbeiten sind abgeschlossen. Jetzt brauchen wir das Personal dafür. Wir brauchten, glaube ich, hier 260, ne? Oder 270. 270. Boah. Jetzt gehen wir aufs Maximum. Ist vielleicht ein bisschen fett? Egal. Wir hauen den Primus jetzt raus. Okay. So, die Ingenieure sind jetzt da. Und zwar vermutlich vier. So, dadurch, dass wir vier haben, sind wir hier auf Maximum und können nicht weiter. Und das ist für mich der Beweis, dass es richtig ist mit den Vieren. Pro Balken vier. Äh, hätten wir jetzt nur drei. Könnten wir wahrscheinlich bis hier oder so gehen. Das wird richtig sein, Leute. Das wird richtig sein. Die Frage ist jetzt, ob wir beim ersten Mal... Ob das so lange dauert mit den Ingenieuren. Oder ob wir es wirklich vergessen haben. So, klar. Personal. 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 Ja. Jetzt komm endlich. Ein bisschen ist schon da. Wir können, glaube ich, hier schon einstellen. 220 sind schon da. Warten wir noch auf den Rest. Gut. Jetzt haben wir natürlich nicht... Warte mal. Jetzt haben wir natürlich nicht die Bestellung rausgehauen. Uh, Leute. Wie viel... Wie viel 44 Stück im Monat? Jetzt müssen wir dringend nochmal den... Die Bestellung erhöhen. Ich würde sagen... Wir nehmen jetzt einfach nochmal 50 mit dazu. Und dann sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Und alles andere gucken wir dann später. Okay. Okay. So. 15. Februar. 28. Alles klar. Zeit für die Schublade. Ist es soweit? 23 Uhr. In der Tat. Okay. Also wir speichern erstmal. Und dann... Zeit für die Schublade, Leute. Ein echter Herrenabend. Ich habe es euch versprochen. Die Arbeiter muss ich noch auf schnell stellen. Das stimmt, ja. Okay. Es sind nicht nur diese wunderbaren Bilder zu sehen, sondern die Damen haben auch Namen. Das ist Lilly. Darf ich vorstellen. Heidi. Franziska. Agathe. Sissi. Und Lulu. Okay. Soweit zu diesem Thema. Wenn alles gut läuft, öffnen wir sie nochmal später im Abend. So. Ich muss noch auf schnell stellen. Das ist richtig. Das machen wir hier, ne? Genau. Okay. Ich hatte... Warte mal. Wir sind jetzt schon am... Sind wir... Wir haben noch nicht die Verkäufe gemacht, ne? Wir sind im Februar. Okay. 16 und 11. 18 und 18 in den Filialen. Die verkaufen sich jetzt gleich gut. Und 13 noch der Januarverkauf. Okay. Ich glaube, wir... Wir verkaufen ein bisschen... Also wir brauchen die anderen Verkaufsstellen. Wir verkaufen, glaube ich, ein bisschen zu... Zu wenig jetzt vom Primus, ne? Da müssen wir aufpassen. Ist die Frage, ob wir gleich weiter investieren oder ob das zu fett ist. Ach, kommt. Wir hauen gleich raus. Stuttgart kommt auch noch mit ran. So, 378.000. Ist ja auch kein Problem. Aber wir müssen Teile bestellen. So, jetzt müssen wir uns mal gut überlegen. Wir produzieren jetzt... Nur mal zur Änderung. Wir produzieren jetzt... Wie viel mehr? 50 Stück produzieren wir dort. Okay. 50 Stück mehr. Das heißt, es ist vermutlich noch nicht die richtigen Zahlen. Aber ich... Was könnte hin? Und... Nee, 67... 50 plus... 24 oder sowas. Puh. Ich bestelle erst mal 75. 50. Okay. Gut. Na, mal schauen. So, jetzt die Frage, ob wir irgendwas an den Preisen ändern sollten. Tendenziell vielleicht doch den Primus wieder ein bisschen günstiger machen. Ah, die Werbung wollten wir erhöhen. Stimmt. Das nächste Auto, Lulu. Ja, keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Aber die Sache mit der Werbung erhöhen ist ein richtiger Hinweis. Wir gehen hier bei der Werbung auf 1.500. Jetzt hauen wir richtig rein. 5,5. 10% sind 2.500. Ja, also so viel ist das pro Filiale gar nicht. 6,6 hier. So, mehr ist noch nicht eröffnet. Drei Filialen warten noch auf die Öffnung. Okay. Gut. Alles klar. Dann geht's weiter. 31. März. Wie sind die Verkäufe gelaufen? 12,12 von den freien Händlern. Wir verkaufen jetzt so gleich viel vom Duett wie beim Primus. Das ist gar nicht der Plan. Okay, der Duett muss, glaube ich, teurer werden. Ah, ich habe vergessen, dass ich erst den Februar machen sollte. Ich würde sagen, wir erhöhen den Preis vom Duett etwas. Der geht jetzt auf 3.399. Gut. Ansonsten läuft das Geschäft, Leute. Es läuft. Wir verdienen uns dumm und dämlich. Wir brauchen bloß irgendwie mal einen kleinen Innovationsschub hier. Ich gucke mal kurz, wie hier der Stand der Dinge ist. 36, 35, 26. Ich glaube, wir haben tatsächlich einmal vergessen, Forscher einzustellen. Da habe ich nicht richtig geklickt. Ich werde nochmal vier Ingenieure einstellen. Oder die haben echt so eine lange Vorlaufzeit. Kann auch sein. Die kleine Halle vom Primus schließen und den Duett da bauen. Könnte man auch machen. Könnte man auch machen. Oder wir nutzen die Mehrzweckhalle und bauen dort den Duett. Das könnte man auch machen. Ist vielleicht sogar noch besser. Dann haben wir zwei Produktionslinien jeweils. Ich investiere nicht nur in eine Werbeart. Wir haben hier heute schon Diverses ausprobiert. Aber das ist ein bisschen lästig, das immer zuzuändern. Ich würde sagen, wir machen einfach eine neue Duettfertigung. Und dann bauen wir noch eine neue Halle. Für das nächste. Kommt, jetzt geht es hier richtig los. Einmal bitte Duett. Ja, genau. Hier passen 29 Fertigungseinheiten. Das ist, glaube ich, mehr. Oder? 58 Stück. Wow. Kostet uns 46.000. Ist aber kein Problem. Machen wir so. Das Problem ist jetzt mit dem Lager. Wir brauchen, wisst ihr was? Wir müssen jetzt investieren. Ich werde jetzt zwei neue Hallen bauen. Okay, das ist hier schon mal nicht gut getimt. Egal. Ich baue noch eine hier hin. Ich glaube, die Mehrzweckhallen sind doch, doch richtig cool. Weil man da einfach super flexibel ist. Wisst ihr was? Jetzt will ich es wissen. Wir bauen drei Hallen. Ich glaube, wir werden irgendwie gleich explodieren. Mit Investitionen und Sachen, wo wir irgendwas ablegen müssen oder bauen müssen. Jetzt geht es hier richtig ab, Leute. Wir können das auch gleichmäßig verteilen. Ja, dann brauchen wir uns keine großen Gedanken mehr machen. Das Problem ist, das muss man in jeder Stadt... Also, pass auf. Wir stellen das jetzt einmal ein. Und verteilen das jetzt irgendwie. So, zack, zack. Und wir ändern nur das Budget, aber nicht die Verteilung. Das ist einfach zu lästig, das in jeder popligen Filiale zu machen. Dann hat die liebe Seele Ruhe. Dann brauchen wir darüber nicht mehr diskutieren. Das ist einfach wirklich nerviges Microfeature. So, und da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Und dann wird das schon laufen. So, alles klar. Ich glaube, hatte ich... Eigentlich... Oh, nein! Ich bin abgewichen von meinem System. Ich habe Sondersachen gemacht, ohne Teile zu bestellen. Und wenn ich das richtig sehe, kann es sein... Wir müssen auch ein bisschen mehr übrigens auf Vorrat haben. Das ist möglicherweise nicht mehr genug. Ich glaube, dass wir erstmals ins Minus gehen. Weil wir jetzt richtig viel bestellen müssen. Nee, wir gehen nicht ins Minus. Okay. Das ist eine Mehrzweckhalle. Zu wenig Manchester-Karossen? Ja, noch nicht. Das dauert noch, eh der Umbau fertig ist. Das dauert mindestens einen Monat. Können wir... Achso, wir gucken aber mal, wie viel im Lager ist. Da habt ihr recht. Lagerbestand. Vom Primus sind 52. Vom Duett 0. Oha! Oha! Ich glaube, wir müssen was tun. Das ist ein guter Hinweis. Wir müssen, ich glaube, hier wieder mit dem Preis runtergehen. Wir gehen wieder unter die 3000. Alles klar. Die Ingenieure sind da. Sehr gut. Was? Was? Die Bestellungen werden also erst... Äh... Ah! Okay. Die werden erst bezahlt... Äh... Jetzt ist die Frage, hat er sich das gemerkt? Die werden erst bezahlt, wenn sie geliefert werden. Deswegen hatten wir noch genug Geld. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Verdammt! Wir müssen... Wir müssen auf unseren Kredit zugreifen, Leute. Oh! Jetzt geht's los. So. Wir müssen leider die Bestellung noch mal rausholen. Ähm... Ah! Der hat sich die Bestellung gemerkt. 120. Ja, der macht das noch mal. Ach so! Die Bestellung ist noch drin. Ah! Möglicherweise kommt die dann noch, wenn wir jetzt Geld haben. Die ist noch eingeloggt. Okay. Dann ist ja gut. Wir müssen noch verkaufen. Wir haben im März nicht verkauft. Wir haben die März... Doch, doch. Wir haben verkauft. Wir haben verkauft, Leute. Das waren nur die Reste. Wir haben im März verkauft. Verkaufsniederlassung wurde fertiggestellt. Das ist gut. Ah, falsch. Wir hatten verkauft. Ähm... Aber ist alles gut. Wir haben das... Wir haben das im Griff. So, München. München. Was war jetzt aktuell unser Werbebudget, was wir immer überall hatten? 1500. Machen wir das in München auch? Und verteilen das gleich etwa. Wir müssen noch den Rabatt einstellen. 20 Prozent. So. Okay. 25. Umbauarbeiten wurden abgeschlossen. Jetzt brauchen wir das Personal. Okay, das muss jetzt erstmal eingestellt werden. 290, Leute. Hauen wir das so hoch? Ist das ein bisschen viel? Verkaufen wir so viel? Ich habe meine Bedenken. Warte mal. Ich glaube, es ist zu viel. Wir beschränken uns erstmal auf 150. Wir haben Überproduktion. Und ich glaube, das würde dort auch der Fall sein. Gut. Gehen wir mal zum Monatsende. Ja. Wir wissen jetzt, Personal ist nicht da. Alles klar. Wie viele Tage hat der Monat? Sind die Bestellungen jetzt schon da? Ist jetzt schon offizielles Monatsende? Ja. Die Aprilbestellungen sind da. Okay. 16 Primus. 7 Duett. Von den freien Händlern. 27 und 23. Oh. Das ist gut. Duett können wir nicht erfüllen. Okay. Aber da wird ja jetzt die Produktion richtig anlaufen. Dann werden wir hier schon mal zumindest das Personal, was wir haben, einstellen. Sind im Moment 100. 150 hatten wir da eingestellt, ne? Gut. So. Jetzt mal überlegen. Wir müssen erstmal wieder Teile bestellen. Kredit zurückzahlen. Na ja, wir müssen Teile bestellen halt. Und wir brauchen jetzt richtig viele Teile. Die Frage ist, ob das überhaupt reicht. Ah, warte mal. Man müsste eigentlich auf dem Zettel haben, wie viel wir jetzt hier produzieren. Das wissen wir aber noch nicht genau, weil wir noch nicht die genauen Zahlen haben. Also vom Primus. Ich muss mir das einmal aufschreiben, Leute. Das ist jetzt einfach mal wichtig, das zu wissen. Also vom Primus produzieren wir hier 50. Und da unten produzieren wir 24. Primus. Also 74. So. Und vom Duett produzieren wir hier 23. Und da vermutlich erstmal ein bisschen weniger. Okay, haben wir die genauen Zahlen noch nicht, weil wir erst... Ja, weil wir noch nicht alle Arbeiter haben. Das müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Weiß ich noch nicht. Puh. Okay, also. Wir müssen einkaufen. Jetzt mal kurz überlegen. Das 8 PS Ding, das brauchen alle. Das heißt, wir brauchen... Komm, ich bestelle jetzt mal 100. Ich habe keinen Bock, das genau nachzurechnen. Das Fahrwerk brauchen auch alle. So. Die Karosse. Da nehmen wir nur die 59. Und die Manchester. Da nehmen wir mal 60. So. Jetzt müssen wir hoffen, dass das Geld reicht. Ja. Ist hier klar der Verbrauch. Der sagt im Moment nichts, weil alles durcheinander ist. Wir hatten nicht genug Geld für die Waren und sowas alles. So. Die Geschwindigkeit der Produktion muss ich noch erhöhen. Danke für den Hinweis. Das vergesse ich gerne. Das ist gut. Okay. So. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alles gemacht. Gut. Weiter geht's. 3. Mai. Jetzt sind die Facharbeiter komplett da. Also die 150. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi... Wir könnten die Produktion fast noch verdoppeln. Steht jetzt hier, wie viel wir... Ist das wahr? 27 Stück? Ja, das wird wahrscheinlich hinhauen, ne? 27. Okay. Das heißt, wir produzieren 60 von den Duett. 75 von den anderen. Ich glaube, das ist erst mal okay. Jetzt müssen wir nur noch die Waren dafür haben. Okay. Ein paar Bestellungen wurden storniert. Kein Problem. Geld hat gerade so gereicht, denke ich mal. Dann gucken wir mal, was jetzt in der Bilanz da ist. Wir sind im Mai. Okay. Wir müssen jetzt ein bisschen auf den Eingang achten. Mai 11, 9 und 23, 23. April. Okay. Ich muss sagen, das ist jetzt aber nicht so brillant. Jetzt haben wir alle Bestellungen erfüllt und produzieren ganz schön viel. Wir produzieren ganz schön viel, Leute. Hm. Haben wir gerade eine Schieflage im System? Produzieren wir zu viel vom Primus? Sollten wir vielleicht Arbeit entlassen? Wir haben 110 auf Reserve, Leute. Ich würde sagen, auch mit den neuen Filialen glaube ich nicht, dass wir auf 75 Verkäufe kommen. Wir werden, ich würde sagen, wir werden mehrere Sachen machen. Wir werden die Werbung nochmal erhöhen. Obwohl, Werbung erhöhen ist nervig, weil wir es überall machen müssen. Wir werden den Preis noch ein bisschen runtersetzen. Und wir werden Arbeit entlassen. Wir gehen auf 2, 7, 9, 9, 9. Jetzt gehen wir mal richtig runter. Jetzt kommt die Panik. Naja, man muss einfach Anpassungen machen. So, jetzt wären wir beim Primus. Wir gehen in Kurzarbeit. So heißt das. 270 ist einfach zu fett. Wir gehen auch hier runter auf 150. So, das erste Mal wird entlassen. 120. Zack. Sofort gekündigt. Hervorragend. Oh Mann, Leute. Die kleine Halle auf Urlaub schicken. Ich weiß gar nicht, ob man Hallen... Naja, man kann... Man kann natürlich Hallen... Naja, man legt die, glaube ich, nicht still oder so. Man muss einfach Arbeiter entlassen. Das ist die Art und Weise, wie man still legt. Also die Halle selbst. Man kann sie umbauen und alles. Das macht keinen Sinn. Die Kosten sind minimal. Die Arbeiter sind die Kosten. Werbung erhöhe ich jetzt nicht. Wir lassen das mal jetzt so. So. Ich muss aber, ganz wichtig, kaufen. Und jetzt sind natürlich alle Zahlen wieder hinüber. Ah, Leute. Gut. Ich kaufe trotzdem so viel, wie das ist. 120. Ungefähr. Damit müssen wir hinkommen. 80. So. Toll. Jetzt haben wir noch Lieferprobleme bei der Vorturette. Das ist gerade das, was wir noch verkaufen. Zum ersten Mal Lieferprobleme jetzt in dieser Situation. Da können wir halt nichts machen. Ah, nee. Das ist beim Primus. Das ist nicht so schlimm. Das ist die Manchester. Ja, alles klar. Ja, kein Problem. Wird halt Primus jetzt nicht gut gebaut. Kein Ding. So. 30. Juni. 141.000. Hm. Mal gucken, was die Bilanz jetzt sagt. Oder die Bestellung sagen. 16 und 7 bei den Händlern im Juni. Und bei den Filialen 36 und 22. Das hat schon was gebracht. Das hat schon was gebracht. Ein bisschen was. Jetzt setze ich noch auf neue Verkaufsstellen. Ansonsten denke ich, ist das okay. Unser Bestand ist allerdings gleich geblieben. 110. Und vom Duett haben wir 27. The rise and fall of swag. Okay. Ich würde sagen, tatsächlich, wir gehen beim Primus noch mal runter mit dem Preis. Wir machen jetzt Kampfpreise. Wir sind ja immer noch im positiven Bereich. Wenn wir uns überlegen, was wir da für Produktionskosten haben. Ist ja der Wahnsinn. Also gehen wir mal runter auf. Jetzt kommen Kampfpreise, Leute. Gut, also wir verdienen jetzt nur noch 2.000. Muss man bedenken. 2.079. Aber das ist immer noch okay. Gut. Wir müssen auch an die neuen Verkaufsstellen denken. So, jetzt aber Lagerbestand. Okay. Das ist jetzt realistisch. Das heißt, ja. Machen wir es mal simpel. 100. Achso, da gab es Lieferschwierigkeiten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das sind vielleicht falsche Zahlen, ne? Ah. Ne, was habe ich jetzt gemacht? Ach, Quatsch. Von denen brauchen wir nur wenige. Es ist egal. Es ist egal, Leute. Wenn es wieder Lieferschwierigkeiten gibt, dann haben wir das. Kein Problem. Man verliert langsam den Überblick. Und wir haben erst zwei Autos. Gut. Weiter geht's. Verkaufs... Oh, sehr gut. Verkaufsstelle. Perfekto. Das war jetzt, glaube ich, Frankfurt. Frankfurt. Hauen wir raus. 1.500 Werbung. Machen die gleich. Und machen den Rabatt auf 20%. Und weiter geht's. 31. Also wir sind wieder... Wir sind wieder... Unsere Bilanz steigt. Wir sind im guten Bereich, glaube ich. Freie Händler. 15,7. 53,27. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Okay, gut. Die können wir alle verkaufen. Perfekto. Das heißt... Wie hat sich jetzt unser Bestand verbessert? 96 und 34. Ja, ich denke mal mit dem Manchester. Wir lassen den mal so laufen. Ein bisschen Bestandsüberschuss ist ja auch gut. Wenn man neue Filialen hat und so weiter. Ich würde sagen, jetzt sind wir im guten Bereich. Jetzt läuft's. Lohnschraube. Kredit zurückzahlen. Sind wir schon soweit? Ja, ich denke, wir können den Kredit zurückzahlen. Guter Hinweis. Das können wir jetzt verantworten. Wir können mal den Kreditrahmen noch ändern. Mal wieder. Ob wir jetzt schon 300.000 bekommen würden. 16%. Nö. Dann lassen wir das wieder bei 13%. Das ist in Ordnung. So. Jetzt kommt Lagerarbeit. Wir haben ganz schön viel im Bestand, aber das ist okay. Ich bestelle mal wieder 100. Bauen wir den Bestand mal langsam ab. Hier haben wir 54. Hier haben wir viel zu viel. Hier bestelle ich jetzt mal gar nichts. Und hier das mit den 52 ist super. Okay. Gut. Ich denke, der Rest kann so bleiben. Verkaufsstellen ausbauen. Nee, jetzt. Also, man. Wir müssen mal gucken, wie viel wir eigentlich jedes Mal ausgeben. Für Teile. 12. August. Okay. So viel ist es nicht. Insofern können wir das machen. Ins Ausland würde ich noch nicht gehen. In der Regel ist, glaube ich, so ein Indiz, wenn man erstmals Händler, freie Händler, quasi Anfragen aus dem Ausland hat. Das gibt es wohl auch. Dann könnte man das machen. Ich glaube, wir gehen erst mal in Deutschland weiter. Ich würde sagen, wir nehmen mal, nee, warte mal. Wir nehmen mal hier hinten Königsberg. Wir investieren jetzt jeden Monat in einen Filialausbau. Wie weit ist die Forschung? Auch ein guter Hinweis. Gute Frage. 36, 53, 51. Naja. Okay. Weiter geht's. 31. August. Okay. Bilanzbuch. Wie sieht's aus? 12, 6. Da hat sich nicht viel getan. Hier würde nämlich irgendwann ein Händler aus, keine Ahnung, Frankreich erscheinen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Indiz, dass man da investieren... Uh. Warte mal. Wir haben, glaube ich, bei der einen Filiale nichts eingestellt, Leute. Das ist der Hinweis dazu. Aber jetzt läuft's gut. Wir müssen diese Filiale noch definieren. Das war Stuttgart, glaube ich. Total vergessen, Leute. Keine Werbung. Und so weiter. Und wir müssen noch den Rabatt einstellen. Auf 20. Perfekt getroffen. Okay. Gut. August haben wir. Wir haben gut Geld. Wir gucken uns den Lagerbestand an. 83, 35. Hier nimmt er langsam ab. Also wir sind, glaube ich, auf einem richtig guten Weg, wenn ich das mal so sagen darf. Ah. Ich könnte das... Ich könnte so ein richtig guter Aktionärsmotivator sein. Gut. 54. Jo. Da haben wir fast zwei Monate. Da kaufen wir auch noch nichts. 52. Okay. Und dann investieren wir noch in eine weitere Filiale. Nämlich Leipzig. Gut. Und wir speichern mal wieder. Okay. Gut. Nächster Monat. 62, nicht 35. Ach so. Ich gucke falsch. Beim Duett sind wir bei 62 inzwischen schon. Ja. Guter Hinweis. Vielleicht sollten wir mal eine Preisanpassung machen. Dass wir vielleicht auch beim Duett ein bisschen runtergehen. 32,99. Guter Hinweis. Alles klar. Gehen wir in den nächsten Monat. 30. September. 200.000 vor den Verkäufen. Was bringt der September? 12 und 4. Also die Händler wären weniger. 56 und 35. In Ordnung würde ich sagen. 444.000 halt. Wir können hier gleich die nächste Filiale öffnen. Jetzt haben wir total. Wir haben bald den totalen Snowball. Glaube ich. Hannover. Wird eröffnet. Oder gebaut. Okay. 406.000. Stimmt. Händler wären weniger, weil ich selber mehr Verkaufstellen habe. Episa hast du das Recht. Das ist die Logik. Die freien Händler decken gewissermaßen den anderen Markt ab. Das ist auch gut. Wir wollen das über unsere Verkaufstellen verkaufen. Wenn ich überall den gleichen Rabatt gebe, könnte man dann nicht den sein lassen. Nee, könnte man nicht, weil die Händler sollen ja verkaufen. Ich glaube, das glaube ich nicht. Also käme mir komisch vor, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, das haut radikal die Verkäufe runter. Weil dann verdienen die Händler halt ja nichts. Das ist das System, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob sich die Grenzen verändern. Das ist eine gute Frage. Könnte sein. Ich gehe noch nicht ins Ausland. Wir bauen erst Deutschland zu. Oder erst, wenn die erste Anfahrer aus dem Ausland kommt. So. Gucken wir hier. Also, wir bleiben hier bei unseren Hunderterbestellungen. 67 und 73. Okay. Es ist so, dass wir, glaube ich, beim Primus demnächst mal wieder Arbeiter einstellen könnten. Ich glaube, der Verkauf steigt hier rapide. Wir haben ja da noch Potenzial. Und beim Duett weiß ich nicht. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Mit dem müssten wir irgendwas machen. Tja. 73 haben wir davon. Wir können einfach Arbeiter vom Duett in Richtung Primus geben. Das wäre die Lösung. Ja, ist doch total simpel. Ja, das machen wir. Wir gehen beim Duett, gehen wir hier, wir jonglieren hier ein bisschen mit den Arbeitern intern rum. Wir gehen runter auf 120, naja, 130. Oder 120, ja. 120. Und gehen da oben beim Primus auf 180. Boah. Ist das elegant? Einfach interner Arbeitsmarkt und sowas. Ist doch perfekt. Warte mal kurz. Ich habe schon wieder vergessen. Aber wir haben es gemacht. Alles klar. Die neuen Hallen sind fertiggestellt worden. Okay, die brauchen wir irgendwann. Jetzt noch nicht. Wir produzieren noch nicht neu. 31. Oktober. 266.000. So, Bilanzbuch. 62,39. Also legt definitiv zu hier Primus und Duett auch. Gute Zahlen, würde ich sagen. Wir brauchen nichts verändern. Hier hat sich noch nichts. Achso, ich will wieder. Wir schließen jetzt Kassel an. Wir sind bald in ganz Deutschland vertreten, Leute. Kein Ding. Kein Ding. So. Okay. Ja, ich könnte auch mehr Filialen gleichzeitig machen. Das stimmt. Aber ich will langsam wachsen. Modellpflege ist theoretisch möglich. Aber, naja, du könntest halt die gleiche Karosse nehmen und einen anderen Unterbau machen. Und dann könntest du das so ähnlich benennen. Also das würde theoretisch gehen. Also das wäre quasi, wenn man die gleiche Karosse mit einer anderen Technik nutzt. Ja, das würde gehen. Für das Spiel ist es eigentlich ein neues Auto, glaube ich. Okay. So. Wir gucken mal ganz kurz, wie die Forschung aussieht. Wir sind hier. Aha, das geht echt langsam. 61. Aber ich sehe nicht, wie wir das noch verbessern können. Außer noch den Ingenieuren mehr zu bezahlen. So, wir sind im November. 358 ist in Ordnung. Wie sehen die Bestellungen aus? 12 und 5. Und 75, 41. Leute, es geht. Es geht ab. Die Zahlen gehen hoch. Hervorragend. Das gefällt mir. Das gefällt mir. 660.000. Achso. Aber wisst ihr was? Ihr habt recht. Wir knallen jetzt alles hier voll. 1 und Breslau auch noch. Ich glaube, da haben wir alles in Deutschland, ne? Ja. Okay. Danach gehen wir in die europäischen Hauptstädte. Ich glaube, die Kosten da sind höher, ne? Ja. 52.000. Und die Betriebskosten sind, glaube ich, auch höher. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen. Gut. Wochenarbeitszeit hochsetzen bei den Ingenieuren. Das ist noch eine Idee. Da kann man, glaube ich, auch was ändern. Wochenstunden. Dann geben wir ihnen auch ein bisschen mehr Gehalt noch. Damit sie zufrieden sind. Gehen wir auf 280. Guter Hinweis. Gute Idee. 50.000, das ist ja nichts. In Paris kaufen die mehr. Ich hätte jetzt gedacht, in Großbritannien kaufen sie mehr. So, haben wir jetzt schon die Lagerarbeit gemacht? Lagerbestand. Leute, es ist bald Jahresende. Ein schöner Moment. Sich wieder einmal im Erfolg zu sonnen. Und die Bilanz sich anzuschauen. Achso, wie ist der Bestand eigentlich? Swag nur noch 24. Primus. Und Duett 73. Wir müssen noch mehr umdisponieren, Leute. Ich glaube, wir müssen noch mehr umdisponieren. Ich glaube, wir können noch... Also der Duett, der läuft nicht so richtig. Also so läuft gut, aber läuft nicht so gut. Ich glaube, wir können hier noch mal ein bisschen machen. Also auf 100 runtergehen. Und der Primus. Ihr wolltet den schon ausrangieren? Wahnsinn. Lieferproblem. Fahrwerk. Okay. Gut. Wow. Ich hoffe... Aber das ist, glaube ich, kein Problem gewesen für die Produktion. Wir müssten eigentlich über... Wir müssten genug im Lager gehabt haben. So. Der Dezember ist da. Mit... Wie viel? 69, 38. Oh. Der Primus geht ein bisschen zurück. Wir waren mal über 70. Ja. Hä? Aber wir haben nicht mehr genug... Wir haben nicht mehr genug Primus. War das doch vielleicht ein Problem mit dem Fahrwerk? Könnte sein. Gut. Wir werden, bevor wir uns die ganzen Bilanzen angucken, werden wir sicherheitshalber den Lagerbestand managen. Ja. Hier ist weniger produziert worden. Definitiv. Definitiv. Wir hätten 100 oder sowas oder über 100 produzieren müssen. Dann werde ich mal... Müssen wir mehr haben. Wir müssen irgendwie doch mehr Reserven haben, als ich dachte. Wundert mich eigentlich. 44 Verbrauch. Ach komm, wir hauen jetzt mal raus. Ich habe keinen Bock jetzt groß darüber nachzudenken. Der Manchester wurde auch nicht gut produziert. Okay. Wir haben kein Primus mehr und 57 Duett. Gut. Das ist der Stand der Dinge. Forschung. Ist jetzt auf 69, 63 und so weiter. Das dauert echt. Und wir gucken uns die Bilanzen an. Erotik. Erotik. Immer am Jahresende ein bisschen Erotik. Die Zeit des Kampfpreises beim Primus ist vorbei. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Das stimmt. Wir gehen wieder ein bisschen hoch. Oder? Wir gehen vorsichtig hoch. Wir machen vorsichtige Marktanpassung. Okay. So. Dann gucken wir mal in die Bilanz. Ach Quatsch. Die Bestellung hatten wir doch schon. Genau. Jahresumsatz. Oha. Ja. Solide. Würde ich sagen. Solider Anstieg. Eine Testfahrt gab es immer noch nicht. Die erfolgreichsten Automobile. Da haben wir es. Der Primus doch mit Abstand vorne. Das erste Jahr ohne neues Automobil übrigens. Wahnsinn. Tausend. Genau die tausend. Wahnsinn. So. Die besten Verkaufsstellen. Das ist auch mal ganz interessant. Berlin liegt ganz vorne. Liegt noch vor Köln. Interessant. Bankverbindlichkeiten haben wir keine mehr. Und hier haben wir unseren Firmenwert nicht verdoppelt. Aber fast verdoppelt. Insofern haben wir weiterhin gute Chancen hier zum Unternehmen des Jahres gekrönt zu werden. Gibt es noch irgendwas? Kosten und Erträge. Ertrag 660. Das ist unser Gewinn. Den haben wir auch fast verdoppelt. Ja. Gut. Wir haben auch viel investiert. Ein bisschen Zinsen gezahlt. Das war jetzt nicht so die Riesennummer. Aber okay. Gut. Gibt es was zu tun, Leute? Gibt es noch was zu tun? Achso. Es gibt noch was zu tun. Während wir überlegen über die neue Strategie. Die neue Strategie sinnieren wir und schauen in die Schublade 3, Leute. Ab ins Ausland. Stimmt. Man könnte jetzt mal im Ausland anfangen. Ach ja. Personalkosten müssen wieder runter. Richtig. Wir werden wieder 1 Dollar den Lohn kürzen. So machen wir das. Also das sind so die kreativen Ergebnisse, wenn wir auf Schublade 3 gucken. Personalkosten runter. Zeitweise Werbung in einer Filiale erhöhen. Das könnte man mal machen, ja. Aber dann machen wir das das ganze Jahr über und vergleichen das. Berlin und Köln waren ungefähr gleich, ne? Wir werden jetzt mal in Köln. Wir machen das mal spaßenshalber. Wir erhöhen mal die Werbung in Köln aufs Doppelte. Auf 3.000. Gucken wir mal, was da passiert. Wird auch immer älter. Die Lulu. Okay. Ne, wir gehen zuerst nach Paris. Und da werde ich jetzt auch mal abwarten, wie das so läuft. Bevor wir jetzt da massiv in Europa weiter uns irgendwie ausdehnen. Nächstes Jahr müsste die Forschung durch sein. Und dieses Jahr kamen 30 Prozent dazu. Ja, ich würde fast sagen, kamen fast 40, ne? Ja. Okay. So, wir müssen aber im Jahresanfang noch was anderes machen. Ach so, stopp. Personalkosten runter. Die wichtige Jahresendmaßnahme. Monatslohn wird gekürzt auf 53. Ingenieurslohn wird erhöht. Aber wenn wir erstmal Hilfsarbeiter haben, dann wird alles besser. Leute. Dann wird alles besser. Gut. Ähm. Wir gehen ins neue Jahr. Die Produktion nach Asien verlegen. Das wäre auch noch eine Idee. Ein Minusbonus. So. Hey. 84 Prozent. Wir liegen wieder ganz vorne. Die nächsten sind bei 49 Prozent. Waren die die letzte auch bei 49? Hm. Okay. Gut. Jetzt werden wir wieder nach neuen Dingen fragen. Und zwar als erstes die Karossen. Machen wir das jetzt mal so. Nein. Auch nicht. So. Mittelklasse. Nein. 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 Ach, Quatsch. Nein. Okay. Es gibt keine neuen Karossen. Die Frage ist, wollen wir dennoch also nach anderen Teilen fragen. Das würde sich nur dann lohnen, wenn wir gewissermaßen eine vorhandene Karosse anders ausstatten. Was natürlich denkbar ist, wir könnten aber ich glaube, wenn der Plan ist, hier unser billiges Anduls. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke dir. Ähm. Wir könnten wir könnten wir haben ja noch eine Karosse, die wir noch nicht genutzt haben. die könnte man natürlich bauen, aber wir wollen ja eigentlich einen neuen Kleinwagen bauen. Der wird wahrscheinlich erst in einem Jahr kommen. Insofern weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Man könnte jetzt einfach noch so weiter wurschteln und abwarten, bis unsere Forschung durch ist. Hm. Mittelklasse hat noch kein Fahrwerk. Können wir nochmal nachfragen, ja. Fahrwerk, Mittelklassewagen, bis 10 PS gibt es auch noch nicht. Da ist noch nichts Neues. Manchester Karosse neu ausstatten. Achso, vielleicht gibt es irgendwelchen Luxus-Schnickschnack. Das können wir mal testen. Kann man den anpassen? Warte mal, das ist überhaupt noch eine gute Frage. Kann man den Duett verändern? Ja, hier ist auch noch nichts Neues dabei. Man könnte tatsächlich den Duett verändern. Ah, alles klar, man kann die Prototypen verändern und es bleibt dann das Ding. Hm. Den Primus als Special-Variante mit besserem Motor völlig überteuert anbieten. Wir haben keinen besseren Motor. Wir haben im Prinzip nichts, was besser ist. Das Einzige, gut, wir können mal fragen, ob es irgendwo bessere Motoren gibt. Quatsch, hier muss ich rein. Okay. Motoren, Kleinwagen, 2 Zylinder, 2 Zylinder, 15 PS. Nee, gibt's nicht. Motoren, Kleinwagen, 3 Zylinder, 10 PS, gibt's nicht. Okay Leute, es gibt einfach keine neue Technik. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil wir einfach sozusagen jetzt, wir erwirtschaften ja gut weiter, das ist ja kein Problem. Wir warten, bis unsere Technologien durch sind und dann kommen, kommen die neuen Autos raus und dann müssen wir bereit sein. Insofern bin ich am überlegen, ob wir direkt noch eine Mehrzweckhalle bauen, weil wir brauchen später möglicherweise drei Hallen für die Teileproduktion und ein Lager. Und ich glaube, das kostet uns, ich weiß nicht, wie der Unterhalt ist, es wird leider nicht aufgeschlüsselt, aber es kostet uns kaum was. Wisst ihr was? Ich baue einfach noch eine Halle. Ich baue noch eine Halle. Eine mittlere Halle baue ich hier noch hin. Nochmal daneben. So. 1900 kommen neue Sachen, ja, das glaube ich auch. Wahrscheinlich genau, wenn wir, wenn wir das erfunden haben. Ich soll vier Zylinder probieren. Okay, probiere ich mal vier Zylinder. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vier Zylinder. Das gibt es auch nicht. Ich könnte Leute einstellen, aber warum sollte ich Leute einstellen? Warum sollte ich? Warum sollte ich Leute einstellen? Wir haben im Moment, verkaufen wir den Duett nicht so. Auslastung steigern, Preis runter. Das könnte man natürlich machen. Das könnte man machen. Aber man sollte seine guten Sachen auch nicht verscherbeln. Ich gehe mal mit dem Duett noch einen Preis runter. Mal gucken, wie sich das entwickelt. so. Ja. Gut. Alles andere haben wir geklärt. Es geht weiter. Verkaufsniederlassung wurde fertiggestellt. Um die müssen wir uns gleich kümmern. Welche war das jetzt? Königsberg, glaube ich, ne? So, Werbung machen wir erstmal wieder 1.500. Und Rabatt 20. Okay. Dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Freie Händler. Oh, jetzt sind keine freien Händler mehr an stark. 81 und 56. Das ist doch schon mal ein Wort. Testry, vielen, vielen Dank für deine Spende. Sehr hilfreich. Weiter so. Bitte mit Motorsportabteilung. Ich glaube, ab 1902 dürfen wir Sportwagen bauen. Ich denke, das schaffen wir heute noch. Das wollen wir noch sehen. Wir wollen... Okay, wir haben keinen Primus mehr. Halt, wir hatten noch eine alte Bestellung. Ah, ich penne. Ich penne. Ihr habt recht, wir müssen Arbeiter einstellen. Ich bin total... Wir müssen hier 70 Arbeiter einstellen. Absolut richtig. Das hatte ich ja jetzt ganz aus den Augen verloren, dass das Ding ja uns inzwischen aus den Händen gerissen wird. 70 bitte. Wir müssen hier unbedingt mehr produzieren. Gut, wir haben jetzt noch Duett 44 und hier 0. Duett nimmt auch ab. Ich glaube, da müssen wir auch gleich nachsteuern, Leute. Wir nehmen noch mal 50 mehr. Absolut richtig. Okay. Dann Lagerbestand. Und wieder 100 raus. Haben wir eben ein bisschen mehr im Lager mehr im Lager. Ist doch okay. 64. Gut. Wir können auch die Arbeitszeit erhöhen. Ja. Ich glaube, das sind so Feintuning-Sachen. Das ist nicht nötig. Die anderen Sachen sind wesentlich. Jeden Monat kommt eine neue Verkaufsstelle hinzu. Ja, da kommen dann jeden Monat so 5 bis 10 Verkäufe im Moment glaube ich dazu. Gut. Du verkaufst nicht mehr so viel Primus, weil du nichts mehr im Lagerst. Daher kaufen wir wieder mehr Duett. Ich weiß nicht, ob das so ist. Könnte ja auch sein, dass die bei der Konkurrenz kaufen. So, Personal hier komplett voll knallen. 270. Volle Produktion. Hervorragend. Und hier kommen die 50 hinzu. Gucken wir mal. Nächste Verkaufsniederlassung ist da. Wo war das denn jetzt? War das Leipzig? Ich glaube ja, ne? Ja. 1500 in Leipzig und Rabatt 20. Ok. Februar. Jetzt muss ich aber erstmal die alten Bestände. Da habe ich was verpennt. So, 17. Das ist noch die Januar-Bestellung. Jetzt haben wir noch irgendwo eine alte. Die Dezember-Bestellung. Und noch eine Januar-Bestellung. Oh Gott. Händler. Februar-Bestellung. Und das ist jetzt die richtige Februar-Bestellung. 91 und 63. Ok. Wir haben 80 Primus zu wenig. Ja. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir jetzt wirklich im Maximum produzieren. Bei voller Auslastung. Das ist ja jetzt gegeben. Also wir haben jetzt hier 50 Stück und da drüben 25. Ok. Das heißt, wir produzieren tatsächlich Maximum 75. Dann würde ich sagen, erhöhen wir den Preis wieder. Köln versus Berlin checken. Das wollte ich eigentlich am Jahresende machen. Nach zwei Monaten ist das noch nicht ausschlaggebend. so. Also ich würde sagen, wir erweitern die Produktion für den Primus nicht, sondern erhöhen den Preis. 2000. Wir waren mal bei 3000 bei dem. Ja. Wir erhöhen den Preis, Leute. Wir drehen an der Preisschraube. Aber es ist viel besser. Viel besser. So, wartet mal. Haben wir jetzt hier schon bestellt? Habe ich schon wieder vergessen? Ne, haben wir noch nicht. Oh, gut, dass ich gucke. so. Okay. Achso, wie viel haben wir hier? Sechs Duett nur noch. Oh, Duett geht auch hoch. Wisst ihr was? Duett Preis setze ich auch nochmal wieder hoch. Preis nach Lachs für Händler ist 20%. Ja, ne, ich will keine dritte Halle für den Primus. Ne, ne, irgendwie nicht. Es ist irgendwie jetzt doch ein Auslaufmodell. Wenn, dann will ich volle Kraft auf unser neues Modell setzen. So, die nächste Verkaufsendiererlassung ist da. Äh, was war das jetzt? Hier, Hannover war das. Okay, und weil ihr neugierig seid, gucken wir mal die Köln-Berlin-Geschichte uns an. Äh, Verladebahnhof, das können wir mal machen, ja. Das kostet, das kostet ja nicht so viel. Ist ne möglich. Duett ist noch nicht voll ausgelastet. Ja, das stimmt. Richtig, Duett ist noch nicht voll ausgelastet. Gutes Argument. Na, gucken wir mal die nächsten, den nächsten Monat an. So, was wollte ich jetzt hier erstmal? Äh, das hatten wir eingerichtet. Achso, wir wollten Köln-Berlin mal vergleichen. Ah, müssen wir am Monatsende gucken. Jetzt können wir das leider nicht gucken. Gut, Verladebahnhof. Ich, warte mal kurz. Halle bauen. Wir gucken mal. Das bringt einfach nur, dass die Ladungsschnelle da ist. Kostet uns 182.000. Aber, wir haben die Kohle inzwischen. Wir bauen das. Äh, wie muss man das bauen? Muss man das hier raufbauen? Keine Ahnung. Muss man das daneben bauen? Aha, so muss man das bauen. Das habe ich natürlich jetzt super clever gemacht. Hier können wir nichts mehr hinbauen. Ist egal. Wir hauen die Verladestelle jetzt raus. So. Ende März. Was haben wir für Bestellungen? Also, haben wir doch alte Bestellungen offen? 92,64. Sehr gut. Ach ja, wir haben 18. Okay. Okay. Hm. Andererseits, also es sind, wir haben halt jetzt einen hohen Nachgang, aber effektiv sind es nur in Anführungsstrichen 92 Primus. Na gut, wir stellen 75 her. Ach, Leute. Echt noch eine neue Halle. Echt eine neue Halle für den Primus. Duett kann ich noch mehr verkaufen? Stimmt. Oh, oh, sehr gut. Danke für den Hinweis. Okay. Ich glaube, ich bin überredet. Wir bauen doch eine neue Halle. Also, wir nehmen eine neue Halle. Wir nehmen noch eine neue Halle für den Primus. Der scheint richtig gut zu kommen. Also. Neue Fertigung. Gehen wir die Halle mit rein. Und zwar für unseren Primus. So. Wir gehen natürlich auf Maximum. und das Lager ist immer noch das hier. Gut. Mal sehen, wie lange das dauert. Ja. Ja, 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 ja. Ihr habt recht. Ihr habt recht. Ich hätte es schon letzten Monat machen sollen. Es wäre besser gewesen. Aber ich will gleich mal schon prophylaktisch die nächste Halle bauen. Ich bleibe mal bei diesen mittelgroßen Hallen, weil dann kann man sich dann kann man das mit den Produktionswerten besser irgendwie abstimmen miteinander. Wenn das immer die gleiche Halle ist. Standardisiert. Standardisierung ist das Stichwort. Wo man das Spiel kaufen kann, das ist eine gute Frage. Hatten wir den Lagerstand schon gemanagt? Nein, hatten wir noch nicht. Wir verbrauchen 129. Wow. Dann kaufen wir ein bisschen mehr ein zur Sicherheit. Ja. Hier reichen 70. Und hier nehmen wir nochmal 50 raus. So. Alles klar. Dann geht es in den nächsten Monat. 14. April nächste Verkaufsniederlassung. Irgendjemand meinte in Königsberg hatte ich noch nicht eingestellt. Das stimmt aber nicht. Da hatten wir alles eingestellt. Die nächste ist jetzt glaube ich was ist denn jetzt die nächste gewesen? War es Kassel? Ja. Okay. Und Rabatt ist 20%. Primus Produktion. Die Arbeit das stellen wir erst ein, wenn die Fabriken da ist. Das ist sonst zu viel Lohn. Gut. Das dauert nämlich eine Zeit ehe die da sind. 14. April wir lassen den Monat zu Ende laufen. Oh. Warte mal. Das ging aber jetzt schnell. Okay. Jetzt müssen wir das Personal einstellen. Das ist die neue Halle. Genau. Jetzt ist die Frage wie viel wir da rein nehmen. Wir können reinnehmen 290. Ich will es mal nicht übertreiben. Wir fangen mal wieder mit 150 an würde ich sagen. Obwohl Arbeiter kann man entlassen und einstellen wie man will. Ist ja hier noch so. Ach komm. Wir müssen was aufholen. Wir holen mal 200 dran. so. Ich glaube 29 April ist noch nicht Monatsende. Aber man möchte nicht falsch klicken. Wir können hier schon mal das was da ist einstellen. Ist noch gar nichts da? Okay. Sonst war schon was da. Duett braucht noch mehr Arbeit der sagt ihr. Wie viel Duett haben wir denn jetzt hier auf Lager? Wir haben noch 48 Achso das sind die neu produzierten. Stimmt. Wie viel kann denn Duett jetzt hier noch erhöht werden? Ihr habt recht. Hier könnten wir noch 140 raufhauen. Ist ja Wahnsinn. Okay da müssen wir noch mehr holen. Sind wir eigentlich schon beim Verkauf? Ist das schon jetzt der neue Monat? Ich glaube nicht. ist noch nicht. Okay jetzt meine ich alles durcheinander. Wir holen noch 100 weitere. Gut jetzt ist erst Monatsende. Gut jetzt gucken wir was hier reinkommt. Wir sind im April glaube ich März Februar das ist noch ganz alt. Wir haben schon teilweise Verkäufe gehabt. Das ist der April 170 Oh mein Gott Oh Gott das können wir nicht bedienen März April Wahnsinn Leute Wahnsinn Oh mein Gott wir haben so viel offene Bestellung Okay Wird echt Zeit dass die Arbeiter kommen 20 sind schon da ich glaube ich sollte doch irgendwie das wisst ihr was wir holen die Arbeiter Maximum was geht das ist Quatsch hier so rum zu schnorren wir holen jetzt 330 Fachkräfte her damit das ist eine Klickerei ja preisstark erhöhen könnte man natürlich machen ist vielleicht in dieser Situation ganz gut allerdings werden wir bald die Arbeiter haben und werden die Produktion auch haben ist die Frage ob das nicht kontraproduktiv ist allerdings kriegen wir auch immer mehr Filialen rein ich erhöhe nochmal den Preis nicht stark sondern vorsichtig ich gehe mal hier auf 299 und hier auf 3399 und dann schauen wir mal gut dann Halle Lager ok ok werden jetzt wir werden jetzt ja richtig hoch gehen in der Produktion das heißt ich muss hier deutlich mehr einkaufen wir kaufen mal hier direkt 200 keine Ahnung was wir da konkret brauchen aber wir brauchen viel mal so prophylaktisch ehe wir wieder die eingependelten Zahlen haben ok verkaufsniederlassung wurde fertiggestellt sehr schön dann klären wir das erstmal falsch ach da können wir auch mal reingucken wie weit sind die Forscher jetzt die sind bei 83 84 oh ja wir werden bis zum Jahresende hier fertig werden welche haben wir jetzt Dresden glaube ich oder war möglicherweise noch eine andere dabei 1500 Rabatt 20% ist noch was dazugekommen Breslau ist glaube ich dazugekommen das hat mir gleichzeitig gemacht so jetzt haben wir Deutschland komplett alles andere haben wir glaube ich richtig eingestellt ok gut das dauert hier noch aber wir haben eh zu viel so das hatten wir gerade gemacht ich habe schon wieder vergessen ne quatsch wir sind ja mitten im Monat ich 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 mach quatsch Leute ich komme hier aus dem System raus wir sind ja mitten im Monat wir müssen mal den Arbeiter mal gucken dass wir die jetzt hier reinhauen was da ist ja hauen wir erstmal die hier komplett hoch es müssten aber jetzt noch weitere Arbeiter kommen genau jetzt sind alle Arbeiter da und jetzt werden wir alles voll auslasten und im Zweifel schmeißen wir eben wieder welche raus das Schicksal das Schicksal eines Arbeites ok jetzt haben wir die volle Auslastung und produzieren bis Ende ja wir haben die ersten Stornierungen klar das habe ich schon geahnt jetzt müssen wir gucken wir sind im Mai das heißt jetzt erst mal die alten Bestellung 96 74 haben wir noch März Bestellung müssten wir eigentlich noch die müssen erstmal raus dann machen wir die April Bestellung und gehen auf die April Bestellung ok und können hier noch ein bisschen von der Mai Bestellung abarbeiten gut also 96 haben wir jetzt monatliche Bestellung wir produzieren mehr als 96 das ist schon mal so Tempo muss ich noch einstellen ach diese Tempo Geschichte immer allerdings produzieren wir sowieso eigentlich zu viel aber ist egal wir stellen das Tempo immer auf schnell dann machen wir das hier auch hier hatten wir das ne das war die einzige neue jetzt ich glaube hier hatten wir das schon ja ok danke für den Hinweis ähm deswegen war die früher die Maus alle paar Monate kaputt ja genau ok gut 983.000 man 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 wird Zeit dass wir ein neues Auto haben und wir mega weiter investieren hatten wir jetzt schon ich ich habe es mal wieder nicht mehr gemerkt ne oh Gott ich hätte beinahe weiter geklickt Leute Wahnsinn gut weil ich nicht weiß weil wir nochmal mit der Produktion hochgehen nehme ich jetzt nochmal mehr 200 hier und hier was war das ah hier brauchen wir glaube ich nicht so viel ok nächste Verkaufung oh jetzt ist glaube ich jetzt ist Ausland dran jetzt gucken wir mal wie das läuft Paris Paris machen wir mal ach kommt machen wir mal 2000 im Ausland erhöhen wir die Werbung mal ein bisschen warum auch immer keine Ahnung Rabatt der bleibt aber der gleiche so weiter geht's Ende Juni 713.000 auf dem Konto und wir müssen das ist die Mai Bestellung das ist die Juni Bestellung 181 sehr gut das ist noch die April Bestellung Mai ey wir sind wieder aktuell Leute wir sind wieder im aktuellen Monat 90 und 57 bleiben übrig aber das ist gut das ist gut wir holen jetzt die alten Bestände auf und ich denke dass wir durchaus jetzt auch schon mal weiter investieren können hier das dauert ja lange gehen wir mal nach London als nächstes ok 1,17 Millionen Barbestand ich habe so ein bisschen wisst ihr was ich habe so ein bisschen Befürchtung dass wir später wenn wir jetzt plötzlich zwei, drei neue Modelle bauen wollen dass wir Probleme mit Hallen bekommen deswegen investiere ich jetzt mal unser wunderbares Geld in Hallen gut Preise für Paris oh ja danke 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 das muss hier extra ach so hier muss man bedenken hier muss man folgendes bedenken es gibt hier Zölle das wird das wird aber irgendwie nicht angezeigt und das heißt man muss irgendwie mit den Preisen runtergehen wenn ich das richtig verstanden habe ich gucke mal ganz kurz wie hier die Preise sind wir haben hier 2,99 und 3,399 obwohl vielleicht ist das mit dem Endverkaufspreis vielleicht wird das dann abgezogen ich mache mal den normalen Preis bin mir nicht ganz sicher 2,399 warte mal und hier ne das ist dasselbe ich habe in der Anleitung gelesen es gibt Zölle und das muss man irgendwie berücksichtigen wir machen es mal ein bisschen günstiger ich weiß nicht ob es stimmt jetzt habe ich bloß hier den Preis nicht mehr im Kopf 3,399 3,199 ok machen wir es mal so gut Preise falsch 3,099 und 3,409 ich habe die Preise vertauscht ok das wäre ach wir haben den Duett oh ah das ist ja verwirrend Leute das werde ich nochmal ändern das will ich nicht ne kann ich nicht wie kann ich denn kann ich den nicht löschen ich will die austauschen geht aber irgendwie nicht na gut dann muss ich das ändern also hier unten haben wir 3,199 hier haben wir 2,799 3,199 ah ich habe hätte ich es mal in der richtigen Reihenfolge gemacht dann wäre mir das nicht passiert ok aber gut dass ihr aufmerksam seid hervorragend so jetzt muss ich nochmal gucken habe ich die Lagergeschichte schon gemacht nein wieder nicht aber jetzt haben wir die realen die realen Produktionswerte das ist auch mal gut können wir uns daran orientieren das ist bei der derzeitigen Normalproduktion hier so der Fall ok gut ja genau das mit den Zöllen steht in der Anleitung so die nächste Halle ist fertiggestellt brauchen wir nicht egal Juli jetzt gucken wir ok Juli ah das sind freie Händler aus Frankreich die jetzt dazu kommen interessant das sind unsere Juni Verkäufe 9057 Filialen in Frankreich 3,3 und 103,75 im Juli in Deutschland ok ja arbeiten wir erstmal die Juli Verkäufe ab achso ne Juni ja machen wir erstmal die kleinen Dinge und dann sind wir hier bei der großen ja also wir arbeiten uns vor wir arbeiten uns voran ist in Ordnung würde ich sagen gut 1,3 Mille was macht die Forschung wir warten auf die neuen Produkte 97% Leute die nächste Karosse ist am Start vermutlich schon im nächsten Monat aber ich glaube wir sollten noch auf das nächste den Motor eigentlich warten ne also jetzt wir bräuchten diesen Motor eigentlich ehe wir dann wirklich mit der Produktion beginnen ja das können wir mal ganz kurz überlegen und planen also wir bauen eine A-Klasse wir haben dann drei eigene genau wir nehmen das Fahrwerk den Motor und die Karosse das heißt wir brauchen vier Produktionshallen 1,2,3 4 und eine Lagerhalle ja das ist echt gut dass wir hier bauen wisst ihr was und wisst ihr was ich noch mache ich baue jetzt direkt weiter weil das nächste Auto kommt bestimmt und dann sind wir froh wenn wir die nächsten Hallen haben ok ah Produkt vom Markt nehmen Preis auf Null setzen ja ich wollte ihn ja nicht ganz vom Markt nehmen ich wollte quasi nur in der Filiale eigentlich die das Auto tauschen genau in jedem Land muss eine Filiale hin das habe ich haben wir jetzt auch gemerkt damit die freien Händler die freien Händler werden erst aktiv wenn die Filialen dort sind das heißt wir gehen erstmal in die Hauptstädte das Problem ist aber wir haben immer noch können gerade mal so produzieren was wir verkaufen ich will jetzt auch nicht zu schnell wachsen ach wobei kommt wir gehen wir gehen nach Mailand nee wir gehen zuerst nach Wien als nächstes ok so hatten wir hier gekauft schon wieder vergessen nee haben wir nicht oh Gott Wahnsinn 210 210 30 ja und 70 gut weiter geht's das ist klar dass wir nicht mehr so viel verkaufen werden das mir bewusst aber dann ändern wir dann schmeißen wir Leute raus und so weiter ich glaube nicht dass die Hallen frei werden endet eure Verkaufspolitik drei Monate sind die Stornierung ja da gibt es im Moment nichts zu ändern ehrlich gesagt so das erste Forschungsprojekt ist abgeschlossen das ist gut Leute das ist gut das war die Karosse wir müssten eigentlich jetzt gleich jetzt müssen wir eigentlich gleich das nächste erforschen die Frage ist wir checken erstmal die Karossen das ist das Wichtigste gibt es Luxuslimousinen Karossen will er noch nicht Karosserie Luxusstoff geht noch nicht ok Karosserie Mittelklasse offen ja hey ok da wird geforscht sehr schön nennen wir aber gleich mal um Karosserie M offen ok alles klar so das heißt das entscheidende für uns ist jetzt Fahrwerk und Motor darauf müssen wir noch warten bis wir das neue Auto designen können aber dann geht es ab 31st August wie laufen die Verkäufe Verkäufe ok warte mal wir das sind die Händler aus Frankreich August August 101,84 bei uns steigt weiter das sind noch die Judi Verkäufe dann machen wir den kleinen Scheiß oha der Duett steigt irgendwie total in der Gunst das ist ja der Hammer da kommen wir ja gar nicht mehr hinterher wartet mal wie viel produzieren wir vom Duett wir produzieren hier unten und da volle Last hier Primus Primus wir produzieren mehr vom Primus deutlich mehr als vom Duett tja was machen wir ist das noch zukunftsträchtig oder wollen wir einfach die Preise vom Duett so richtig hoch hauen ich glaube nicht dass wir in den Duett jetzt nochmal kommen wir hauen jetzt hier auf 3 6 0 9 wir gehen mit 300 Euro hoch und in Paris gehen wir auch mit 300 Euro hoch auf 3 0 9 ach das war wieder falsch ich hasse es ich hasse es was war es jetzt dass ich das gemacht habe und der Schied den ich nicht wieder wegkriege ist echt ätzend ok 1,35 Millionen das neue Modell sollte Garant heißen ganz guter Name gefällt mir schon mal gut wir müssen noch bestellen oh Gott oh Gott oh Gott da hätte ich mich jetzt ruinieren können ne man hätte es ja noch ändern können man muss es bloß merken man bezahlt es ja nicht sofort ok ok so Baron 15. September so nächstes Forschungsprojekt ist durch sehr schön sehr schön das heißt wir haben jetzt das Fahrwerk für die A-Klasse 15 PS gebaut wir haben noch warte mal jetzt die Frage wir könnten jetzt nochmal versuchen ja was könnten wir jetzt eigentlich noch erforschen eigentlich gibt es jetzt hm ich wüsste jetzt gar nicht was wir woran wir forschen vielleicht können wir was am Luxuswagen Motor Luxuslimousine 4 Zylinder gucken wir mal ob vielleicht 15 ne geht nicht ok Luxus geht noch nicht hm was könnte man jetzt noch sinnvoll forschen 20 PS Fahrwerk für die nächste Fahrwerksgeneration könnte man probieren das geht 25 PS Fahrwerk ok das ist eine gute Sache denke ich das machen wir Fahrwerk A 25 A 25 PS das ist schon ganz ganz gut wenn wir da weiter forschen erforsche neue Bilder für die Schublade nicht schlecht aber ich denke wir könnten sogar noch mal vier Ingenieure einstellen dass wir auch die 25 PS Mittelklasse Fahrwerk erforschen oder so in der Richtung weiter forschen also ich glaube das ist ganz gut gut wir sind immer noch am 15 das heißt wir können weiter gehen die Ingenieure sind jetzt schon verfügbar ok das heißt die nächste Forschung geht schon los wir gucken mal ob Fahrwerk Mittelklasse die nächste Generation da ist ne ah schade dann habe ich jetzt gar nichts mehr warte mal was erforschen wir hier gerade Mittelklasse Motor Mittelklasse 15 PS haben wir schon vielleicht gibt es ja auch schon einen 25 PS Motor für die Kleinwagen oder 20 PS geht auch noch nicht hmmm vielleicht irgendwie 3 Zylinder das geht auch nicht ok Leute wir haben ein Forschungsteam zu viel wir haben Fahrwerk 25 wir können versuchen das Fahrwerk 25 für die Mittelklasse noch zu erforschen falls es das schon gibt ne ok Leute ich glaube die 4 Ingenieure sind überflüssig ich habe keine Idee was wir noch erforschen könnten ja Motoren brauchen wir am nächsten aber wir haben jetzt Luxusmotoren ging ja noch nicht hatte ich das schon probiert Motoren Luxuslimousinen ach ja das hatte ich schon probiert mit den 4 Zylindern das funktionierte noch nicht ne also das geht nicht die neu erforschten Modelle check ich Teppich check ich immer am am Jahresanfang das hast du nicht mitbekommen die kommen nämlich immer am Jahresanfang das machen wir 3 Zylinder 10 PS klingt irgendwie wie ein dover Motor ich weiß nicht warum wir den haben sollten wir können es mal probieren 3 Zylinder 10 PS ne ok Leute wisst ihr was das war nicht gut die werden sofort wieder entlassen tja Pech war ein kleiner Fehler Büro versehen so heißt das ok wir sind Ende September Motoren der Mittelklasse hatten wir auch probiert da sind wir auch gerade schon am forschen gut September wir haben im September Händler 10 und 12 wir gehen aber erstmal weiter Filialen 8 und 3 das ist noch die August Bestellung nehmen wir mal gleich weg das ist auch noch die August Bestellung oh Gott wir hängen da schon hinterher und das ist die September Bestellung ok also Primus sind wir ganz gut dabei Duett Leute ich hab gesagt ich hab eigentlich gesagt ich will kein Duett mehr aber wenn ich das jetzt so sehe müsste man doch eigentlich Duett auch noch machen oder es ist im einen Monat später kommt die Erkenntnis wollen wir Duett noch eine neue Produktionshalle machen oh Mann 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 Leute das Spiel macht irgendwie süchtig ich kann es mir nicht erklären es ist total banal aber es macht süchtig tja oder wir ziehen die Preise noch weiter an das würde auch gehen der Primus der zu teuer ist der Primus ist im Moment genau richtig entspricht genau Produktion dem Verkaufspreis würde ich nicht sagen Blubber sprichst du mich mit sie an oder sprichst du hier in Pluralform Preise anziehen also Preise oder Halle das ist die Frage Preise oder Halle das sagt der Chat Preise oder Halle Nachfrage ist gesunken Rationalisiere doch mal die Kleinen weg was eine neue Verwaltung das ist eine gute Frage das können wir mal machen der Zug ist über die Arbeiter gefahren ich kann schon ich kann schon das bringt mich nur durcheinander Halle Preise Preise Pralle Preise Halle Neustadt oh Leute der Chat ist mal wieder mega einig passt auf das 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 coole an diesem Spiel ist dass man Arbeiter einfach so einstellen und entlassen kann offenbar vielleicht gibt es da noch einen Haken aber da wir die Hallen sowieso später ausbauen ja wir bauen nachher einen Kleinwagen der Duett wird vielleicht noch länger relevant sein ach komm, wir hauen nochmal raus und ich will aber auch das ist ein guter Hinweis, ich will mal mit dem Verwaltungsgebäude mal gucken 144.000 oder 72, ach komm, wir haben so viel wir bauen gleich das schicke das bauen wir jetzt hier oben hin was auch immer das bringt hauen wir raus so und jetzt wird hier ich brichte noch eine neue Fertigung ein ja, wir machen nochmal den Duett wir glauben an den Duett volle Socke Ausbau Lager wird wieder das und dann geht's los gut, hab ich hab ich wahrscheinlich noch nicht ne, hab ich noch nicht sehr gut okay so dann geht's weiter 20. Oktober die neue Halle ist fertiggestellt worden irgendwo haben wir eine neue Halle gebaut da oben wahrscheinlich wisst ihr was, ich baue ich baue, ich bin der Hallenbauer ich baue für die Zukunft und wir bauen für die Zukunft ab sofort auch nur noch große Hallen jetzt werde ich größenwahnsinnig das ist schon die überübernächste Generation die hier jetzt hier vorbereitet wird Leute wie kann man das ah, dieses Ding nervt natürlich da diese Minimap brauchen wir es erstmal hier hin ah Leute ich liebe es so die Umbearbeiten sind abgeschlossen ok Personal stellen wir maximal ein entlassen können wir immer noch 290 ok so jetzt ist die Frage ist 30. Oktober oder 31. das ist immer ein bisschen nervig dass ich das nicht weiß haben wir schon die Oktober Aufträge September August September September ne Oktober ist noch nicht dann warte ich das nochmal ab dann können wir den Monatsabschluss korrekt machen so ok und wisst ihr was wir müssen mal dringend wieder speichern haben wir ewig nicht gemacht aber das Spiel läuft absolut stabil hervorragend ok gut Verkäufe wir sind warte mal welcher Monat habe ich schon wieder vergessen wir sind im Oktober ok Frankreich steigert sich das ist noch September hauen wir erstmal weg Oktober Filialen August Rest September Rest Frankreich September Rest Deutschland Duett bleibt übrig und jetzt haben wir Oktober 199 und 66 oh Duett geht runter Stichwort neue Halle ich glaube wir sollten den Preis mal wieder runter setzen wenn wir jetzt schon eine neue Halle machen es war ein bisschen optimistisch beziehungsweise da haben wir den Plan ja noch nicht gehabt mit der Halle so jetzt hier wieder richtig diesmal Ah den Duett den kriegen wir noch wieder hoch die Investition war nicht umsonst gut zum Glück muss ich die Bauarbeit ja nicht mehr Menschen so wir warten jetzt eigentlich nur händeringend auf diesen letzten Motor ohne den können wir nicht loslegen mit dieser neuen Produktion gut ok dann sind wir wieder beim Lagerbestand aber stopp wir müssen eigentlich mehr kaufen weil wir jetzt ja unsere Produktion massiv wieder erhöhen ich gehe mal auf 300 und vom Manchester brauchen wir auch mehr dann ok gut da haben wir glaube ich alles gemacht Italien fehlt auch noch ja komm es wird wieder Zeit dass wir dass wir hier irgendwo ins Ausland expandieren Mailand ist dran London ist noch nicht fertig gebaut aber wir gehen schon mal nach Mailand das ist auf jeden Fall richtig so wir warten jetzt mal komplett bis das Personal da ist ja kommt ja jetzt ist es da und es wird komplett eingestellt das ist ganz schön fett was wir jetzt hier produzieren die metaller gewerkschaften fordern höhere löhne für die arbeiter in den fabriken was wie bitte sie haben doch immer pünktlich zum jahresende gab es ein dollar weniger ok arbeitstempo natürlich vergessen ne hier war das jetzt jetzt kommen die gewerkschaften auch noch oh mein gott ich glaube ich hatte im oktober die verkäufe abgewickelt das kostet ja geld skandal ok leute ich glaube da müssen wir was tun sonst gibt es noch streiks oder so ich glaube es kann streiks geben oder ok wir müssen wir erhöhen mal den Lohn um zwei ich hoffe damit sind sie zufrieden so jetzt haben wir erstmal november checken wir mal die verkäufe so das sind noch die oktober dinger hau raus das ist november alte oktober verkäufe november september sachen noch sehr schön oktober deutschland können wir komplett machen sehr gut und november deutschland 104 und 84 das ist doch gut haben wir hier noch oktober gehabt ne das sind alles jetzt november geschichten ok jetzt bleibt vom duett wieder ein bisschen was über ja aber das läuft das ist ok endlich verdienen die facharbeiter so viel wie die hilfskräfte die hilfskräfte arbeiten noch gar nicht die würden noch für weniger bekommen ok 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 wir sind november so dann lagerhalle 237 das wird sogar noch ansteigen war wenn ich die vollen arbeitskräfte vom ersten hatten aber wir haben ja auch hier gute reserven insofern ist das ok wenn wir nehmen wir 230 holen wir da rein wenn uns das lager abbrennt haben wir auch ein problem so dann sind wir gut dabei die hilfskräfte müssen bezahlen dass sie arbeiten dürfen genau ok gut verkaufsniederlassung wurde fertiggestellt jetzt müssen wir wieder auf die preise achten weil das ist jetzt eine auslandsniederlassung london ist da ich mache erstmal die werbung wir haben im ausland glaube ich 2000 werbung und dann machen wir den rabatt und dann gucken wir nochmal die preise uns in frankreich an also beim primus sind wir bei 2799 und hier sind wir bei 3099 machen wir das mal hier auch aber erst jetzt den primus 2799 und hier kommt der duett 3099 ok haben wir glaube ich hier alles gut dann sind wir übrigens ach ne wir sind am 15. Dezember ich dachte schon wir wären am Monatsende Forschungsprojekt ist abgeschlossen Leute wow das ist ja krass wir haben aber es ist nicht der Motor der ist erst bei 88% sondern was waren das jetzt nochmal was waren das jetzt nochmal war das ich glaube wir warten mal bis ins neue Jahr bis wir die neue Forschung machen dann wird sich Neues ergeben da denken wir jetzt mal noch nicht drüber nach da denken wir noch nicht drüber nach es ist auch noch nicht Monatsende jetzt ist Monatsende Leute wir sind wieder am Jahresende angekommen erstmal machen wir die Verkäufe offene Bestellung Dezember England kommt auch dazu Fahrwerk war das okay Schublade da sehe ich die stimmt ihr habt recht gut Dezember 1412 Frankreich hier haben wir noch November Verkäufe machen wir die zuerst 183 es läuft Leute es läuft November dann machen wir die kleinen Dezember Dinger können wir alles abarbeiten und jetzt bleibt noch 6069 wir sind gut dabei im Moment arbeiten wir langsam die Aufträge ab kommen ganz gut hinterher sind nur ein Monat jetzt hinterher das finde ich sehr zufriedenstellend wir sind bei zwei Millionen sehr gut sehr 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 gut okay gut wir werden hier noch den Einkauf machen und hier Manchester und dann schauen wir uns wieder die Endjahresbilanz an ein großer Moment Leute ein großer Moment wie sieht's aus also Jahresumsatz im Vergleich 1899 wow also das sieht gut aus von 2,5 auf 5,5 ich denke wir haben ordentlich gearbeitet wir haben ordentlich gearbeitet sehr schön es geht weiter die erfolgreichsten Automobile ja Duett arbeitet sich langsam voran also arbeitet sich langsam ran würde ich sagen 2300 1500 ok so dann haben wir die besten Verkaufsstellen ja ja jetzt ja jetzt wissen wir natürlich nicht wie viel das im jahr war aber ehrlich gesagt sieht das nicht so aus als ob die verdoppelte werbung in Köln hat meines achtens nichts gebracht das ist schon mal das Ergebnis das können wir einsparen ich glaube wir lassen die werbung dann auf 1500 ja genau Köln und Berlin vergleichen wir am jahresende und also ich hätte jetzt schon erwartet selbst wenn das nicht jetzt die jahresbilanz ist obwohl das könnte sogar die jahresbilanz sein da hat sich nichts getan nichts Bankverbindlichkeiten haben wir keine Vermögensaufstellung sind wir 3,8 ich glaube wir haben uns ich weiß gar nicht mehr was war beim letzten Mal 1,6 oder sowas oder ich glaube wir haben uns mehr als verdoppelt wieder hervorragend Kosten und Erträge der Gewinn ist aber richtig gestiegen der Gewinn hat sich fast verdreifacht super fantastisch gut dann werden wir das gleich mal die Konsequenz ziehen und hier die Werbung wieder auf 1500 setzen ja und dann liebe Leute gucke ich mal auf die Uhr 3,4 1 wir sind bei 88 80% ich würde ja zu gerne noch das neue Autodesign ich finde das ist noch ein Ziel das wir erreichen sollten heute Abend und dann machen wir Schluss und dann können wir diskutieren ob wir das weiterspielen es ist schon irgendwie geil Lulu ein guter Zeitpunkt zum aufhören ist es eigentlich ja neue Ausstattung prüfen wir im neuen Jahr ich denke auch also das ist schon motivierend wenn wir das neue Modell noch hinkriegen soweit spielen wir noch heute müsste doch machbar sein oder okay gewerkschaftsbedingt obwohl wir erhöhen keine Löhne wenn die gewerkschaft sich nicht meldet ich hatte jetzt kurzzeitig überlegt ob wir möglicherweise zum jahresende die Löhne erhöhen aber das machen wir nicht hier haben wir alles gemacht wollen wir hier noch neue Gebäude bauen wir haben ein leerstehendes zwei leerstehendes die Hallen werden immer noch gebaut wisst ihr was wir haben so viel Kohle ich baue hier noch ich baue noch ah das können wir bauen eine neue Forschungsabteilung die schneller geht das ist doch mal eine super wichtige Investition die bauen wir hier daneben ne die kann hier oben hin ah da haben wir endlich was gefunden was ja perfekt ja sehr gut ok jetzt kommt aber erstmal die Jahresendprämierung ist eine Lohnerhöhung die mit der klassischen Senkung verrechnet wird so der Aufsteiger des Jahres wir sind es wieder mit 152% Leute das ist der absolute das Rekordjahr Wahnsinn und die anderen kacken so ab 37 37 und 27 echt der Hammer so wir sind am ersten Januar und ich bin mir gar nicht so sicher was wir zuerst checken ich würde sagen wir checken mal zuerst wir müssen jetzt leider die Forschung erstmal checken wir checken jetzt zuerst mal die Karossen so Luxuslimousine ist nicht dabei Stoffverdeck ist auch nicht dabei das ist nicht dabei ja wir haben ein neues Stoffverdeck Leute wow wow das sieht doch mal richtig geil aus so das ist die Karosse C Stoff okay beeindruckend kann man sich fast überlegen ob man noch ein vorstellt achso wir könnten eigentlich vorher einfach gucken ob jetzt Motoren am Start sind das sieht ja schon fast wie ein Auto aus ja natürlich okay warte mal also wir brauchen glaube ich nichts für die Luxusklasse erforschen außer wir haben gesagt Motoren die dauern lange wir gucken mal wir haben glaube ich 15 PS Motoren wir gucken jetzt mal auf 20 PS Motoren nee das ist noch nicht so weit ähm was haben haben wir hier haben wir schon 25 5 nee wir haben noch doch hier bei der A-Klasse haben wir schon 25 okay alles klar dann gibt es bei den Motoren also nichts Neues Luxus lohnt sich nicht Mittelklasse hatte ich eben getestet warum gehe ich da nochmal rein ist Quatsch so Fahrwerk ARC 25 das lohnt sich auch nicht da irgendwie ein Fahrwerk zu erforschen wenn wir noch da keine Motoren haben Karosse sind wir am Start wir könnten mal gucken ob es vielleicht beim Kleinwagen wieder noch was Neues gibt tatsächlich es gibt ein offenes Ding okay das wird auch erforscht gut da brauchen wir jetzt aber nochmal vier Ingenieure dafür so Fahrwerk A Fahrwerk C hatten wir glaube ich ich gucke mal hier bei den Bauteilen was wir da erforscht hatten also wo sehe ich das denn wartet mal Fahrwerke Eigenentwicklung 15 PS 15 PS für die A und für die C okay da könnten wir gucken ob wir bei den C noch was kriegen wo wobei wir den Motor gar nicht haben aber erforschen ist immer gut tatsächlich das geht okay das ist gut dann werden wir dann werden wir noch acht Ingenieure einstellen dann haben wir hier einen Plan Personal einstellen Ingenieure acht okay so die sind auch relativ schnell da umbenennen stimmt ich muss das noch umbenennen was war das jetzt eigentlich war das C 25 halt schon wieder vergessen ich glaube ja ne mit Probezeit war das C 25 ja C 25 okay gut die Karosserie achso die muss ich auch noch benennen Karosserie A offen sehr gut okay der Motor ist bei 88 das ist jetzt das entscheidende ich denke wir haben jetzt ehrlich gesagt habe ich gar kein Interesse großartig jetzt hier noch mit Fremdteilen zu operieren wir haben jetzt so viele geile Sachen in der Forschung ich ich weiß ich weiß gar nicht ob ich jetzt das lohnt sich doch meines Achtens gar nicht oder kann da was sein was wir jetzt nicht erforschen dass das schon verfügbar ist kann mir erst nicht vorstellen ich probiere mal eine Sache aus vielleicht vielleicht also nur mal bei den Luxuss Sachen gucke ich mal ob da möglicherweise was ist aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen ne also wenn da was wäre dann würde ich zuschlagen aber den Rest da sind wir doch gut dabei ne ok würde mich auch wundern gut Forschung zuweisen geht noch nicht weil die Ingenieure noch nicht da sind Motor für Luxus das hatte ich glaube ich geprüft ne jetzt bringt mich nicht durcheinander mir war so als hätte ich das geprüft aber wir können es von mir aus auch nochmal prüfen Motor also ich glaube halt hier sind die Sachen früher verfügbar als beim Lager insofern lohnt es sich nicht mit 10 PS fangen wir dann Luftreifen sind verfügbar das ist natürlich interessant jetzt weiß ich nicht ob man das Modell einfach verändern kann wie ist das denn eigentlich können wir jetzt gewissermaßen unseren Primus tatsächlich aber den können wir jetzt nicht mehr ausstatten wir müssten jetzt neun Primus Variante machen ne Leute und das heißt wir müssten eine ganz neue Produktionslinie machen das machen wir nicht wir können das nicht updaten das machen wir nicht das kommt nicht in die Tüte läuft nicht wir brauchen noch ein weiteres Lager die Slots in dem Lagerhaus nicht ausreichen das kann gut sein aber wir haben diverse Mehrzweckhallen die jetzt im Bau sind 3 in Bau das sind alles Mehrzweckhallen aber du hast recht ich bin wir bauen die nächste große Mehrzweckhalle geben wir hier in Auftrag und noch eine wir werden Hallen brauchen ohne Ende und wir werden uns freuen dass die da sind hier ist wie doof bauen wir die daneben ok weiter geht's die Ingenieure sind da ab geht's dort eine Verkaufsniederlassung wurde fertig gestellt das wird jetzt vermutlich Wien sein genau ich muss mir noch mal die wir machen erst mal die anderen Sachen Werbung 2000 verteilen Rabatt 20 und dann muss ich mir wieder die Preise merken 2799 und 3099 achso erstmal die Dinger hier so 2799 also ich stelle es mir übrigens wahnsinnig vor wenn man später Preisveränderung macht und die dann in allen Ländern einzeln angeben muss das ist natürlich echt eine ätzende Angelegenheit die Schweizer Filiale habe ich die Schweiz übersehen tatsächlich Zürich gibt es noch tatsächlich oh Leute das hätte ich jetzt oh Gott das Trauma der Schweizer sie werden übersehen selbst von mir die Halle ist fertig gestellt sehr gut brauchen wir im Moment nicht 31. Januar Ok die Januar Bestellung 10.10 aus England 6.6 aus England 14.14 19.102 191 machen wir erstmal Dezember durch die anderen Januar Bestellung Österreich ist schon mit am Start Ok Duett bleibt offen tatsächlich 19.102 19 Wir produzieren wieder deutlich zu wenig Leute Es ist der Wahnsinn Ich will jetzt nicht noch Hallen aufmachen Sag ich jetzt schon wieder Komm wir erhöhen die Preise Wir erhöhen die Preise 3199 Aber nur im Inland Fürs Ausland bin ich zu faul Aber wir haben ja so Verkauf über der Produktion Das ist doch der Hammer Das ist der Hammer Leute Achso Belgien und Niederlande gibt es auch noch Oh mein Gott Ok Alles klar Die machen wir dann das nächste Mal So Leute wir müssen hier einkaufen Wir sind auch Monatsende Ich komme schon durcheinander hier Ja wir sind Monatsende Wir gucken jetzt aber das ist jetzt für uns der Endpunkt 91 Das steigt echt nur um 3 Prozent Wahnsinn Neue Halle ist fertig die wir noch nicht nutzen Ich mache jetzt keine neue Produktion mehr Das muss jetzt über den Preis laufen Außer es explodiert jetzt wieder So offene Bestellung Die Februar Bestellung Komm ich haue erstmal die kleinen direkt raus Sind wir die los 7 7 England Oh Gott 14 12 Frankreich Das ist noch die Januar Bestellung Deutschland Das ist die Februar Bestellung Der Primus wird noch mehr verlangt als im Januar obwohl wir den Preis erhöht haben Der Duett ist runter gegangen Wahnsinn Oh mein Gott wir verkaufen uns dumm und dämlich Das heißt für mich der Primus muss noch teuer werden Der hat fast den Duett Preis erreicht Unglaublich Unglaublich Was wir hier für einen Schotter verdienen So Also Die Bestellung hauen wir wieder raus Das kommt aber eigentlich alles nur weil man denkt jeden Moment kommt das neue Auto und dann wird sowieso alles anders deswegen will man immer nicht so viel noch investieren das ist echt psychologisch hoch interessant 31 März ok halt wir gucken erstmal ich guck mal die Forschung an wie sich das entwickelt hat wieder 3 98 der nächste monat wird sein im nächsten monat im april werden wir das neue autodesign ok das heißt wir gucken hier also die märz verkäufe aus england 11 10 77 das ist noch der januar aus deutschland nehmen wir auch gleich mit das ist der märz aus deutschland ah primus wird jetzt langsam weniger 94 86 ok das ist gut das ist noch der februar aus deutschland machen wir erstmal die kleinen februarsachen ne das machen wir jetzt nicht ok na gut wir liegen anderthalb zwei monate hinterher das ist ganz ok erhöhen wir nochmal den preis komm wir erhöhen nochmal den preis 33 99 das kostet fast so viel wie der duett wahnsinn gut 2,2 million und lagerbestand zeitversetzt auf die bestellung ja aber ich glaube im laufe eines monates müsste das eigentlich relevant werden so wir müssen jetzt glaube ich mal ein bisschen mehr hier 280 werden wir irgendwie effizienter ich weiß gar nicht ok gut eine verkaufsniederlassung wurde fertiggestellt ist das jetzt Mailand ich glaube ja Mailand kriegt erstmal die 2000 werbung und den 20 prozent rabatt und dann noch die preise die gewohnten aber wir setzen jetzt mal hier auch ein bisschen die preise hoch wir machen 2,999 und 3,099 wir passen das mal zumindest in Mailand mal an an die neuen verhältnisse ok so das war jetzt die Niederlassung jetzt ist das Forschungsprojekt da das Forschungsprojekt ist da Leute jetzt kommt unser neuer Prototyp unser neues Auto wir beginnen mit der Karosse das war's ne was war welche wollten wir eigentlich nehmen welche waren das war das das Ding oder war das das Ding das war doch eine Mittelklasse Karosse ich weiß es nicht mehr Leute wir müssen kurz mal gucken ich hab's vergessen es geht jetzt um den Kleinwagen verwerfen naja warte mal kurz wir müssen hier nochmal reingucken Bauteile Fahrwerke Karosserien Eigenentwicklung 155 Kilo 289 ach wir haben nur eine Eigenentwicklung das ist das Ding gewesen das ist das Ding Himmelbett Modell 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 D-Wahn Stimmt das war's alles klar das wird unser neuer Kleinwagen ganz vergessen so also nochmal Prototyp Typ Neu Karosse das wird's sein Motor Motor und jetzt ist das unser ganzer Stolz der 15 PS A Motor Hersteller Steinheim Wagen AG Wahnsinn Fahrwerk Fahrwerk unser 25 PS 15 PS A Fahrwerk Bremsen ausreichend Federung und so weiter ok und das wär's das kostet das Ding kostet auch nicht viel mehr als die anderen oder 815 Ausstattung natürlich mit Luftreifen jetzt das ist ganz neu ok 63 Kilometer pro Stunde fährt das Ding so jetzt aber der Name das ist Swag A 0 0 und dann Lulu ja komm Lulu ist gut A 0 0 Lulu sieht irgendwie komisch aus vielleicht nehmen wir ausnahmsweise weil es was besonderes ist A 0 die A 0 Klasse Lulu muss sein also ich gebe zu die waren finde ich auch sehr gut aber Lulu mit Luftreifen aber das Ziel müsste es eigentlich sein im Laufe der Jahre bis Ende der 20er jeder Dame irgendwann ein Auto zugeordnet zu haben oder Lulu ein Modell mit oben ohne passt besser na ich finde das Himmelbett Auto das passt auch schon ganz gut ok gut eine Testfahrt warte mal bevor ich die Testfahrt mache ich glaube die können wir auch später noch machen bevor ich die Testfahrt mache speichere ich einmal das ist mir zu riskant dann gucken wir mal rein so ok so jetzt muss ich glaube ich mit linker Maustaste Gas geben und mit der Maus steuern und man muss irgendwie schalten mit Leertaste aber ich sehe den Gang ehrlich gesagt nicht in dem ich mich gerade befinde eigentlich müssten wir auf 65 kommen oh Gott die Steuerung Leute ihr könnt es euch nicht vorstellen die Luno kann innerorts geblitzt werden so wir sind bei 36 ja ich glaube mit Leertaste schalte ich den Gang hoch das passt schon aber der Kühlergrill da vorne der ist schon cool können wir noch wir können glaube ich noch einen Gang höher jawohl jetzt haben wir den höchsten Gang und da vorne kommt eine Kurve ich weiß gar nicht muss ich da bremsen wir werden mal mit Vollspeed durch die Kurve heizen mal gucken wie die Kurvenlage des Autos ist ich bin zu früh eingeschnitten hört es quietschen also wir kommen mit vollem Tempo um die Kurve kein Ding für Lulu ist das kein Ding die Kurvenlage ist brillant ob sie nicht so quietscht das weiß ich nicht so das Problem ist das Ganze ist jetzt nicht mal eben irgendwie gleich vorbei sondern diese Teststrecke ist ewig lang und es hat auch überhaupt gar keinen Sinn also es bringt gar nichts es gibt keine irgendwie Auswertung es hat keinen technischen Effekt kein Effekt auf den Verkauf nichts insofern insofern tendiere ich fast dazu dass wir diese wunderbare Testfahrt langsam beenden was der Tempozeiger ist abgefallen nein der ist hinter dem Lenkrad oh doch stimmt da ist gar keiner ist ja ein Ding mein Tesla fährt genauso scheiße glaube ich nicht ich bin mal im Tesla Taxi mitgefahren das war schon sehr cool die Testfahrt war nur Grafik ja wahrscheinlich Markus möchte noch ein paar Filme anschauen mit Lulu oder was ok Leute ich denke wir haben genug gesehen oder jo also Lulu ist da ich will nur kurz mal eine Sache noch erwähnen was jetzt warum ich so viele Hallen gebaut habe denn wenn wir jetzt anfangen das ganze selbst zu bauen Karosse Fahrwerk und Motor brauchen wir plötzlich was ist völlig anderes nämlich wir brauchen irgendwie Glas es gab irgendwie drei Rohstoffe oder sowas Glas Metall und noch irgendwas die wir sozusagen auch noch anliefern müssen das heißt wir haben dann drei Rohstoffe plus drei Teile plus das Auto selbst das heißt pro Auto voll eigens produziert braucht man glaube ich mindestens sieben Slots in der Halle ja also das wird dann schon heftig ok ok ansonsten ich bin so bisschen unsicher was meint ihr trägt dieser Spielstand trägt er noch einen Herrenabend wollen wir noch weitermachen wird dann allerdings erst in sechs Wochen sein wie gewohnt oder war es das einfach jetzt ich meine wir sind finanziell sehr stark ich meine es kommen noch so ein paar Ereignisse also es kommt noch Rennsport das ist noch interessant es kommen noch die Luxuswagen das ist auch interessant und es kommen noch diese Kriegsereignisse und so weiter also da ein bisschen was passiert noch da kann noch ein bisschen was durcheinander gewirbelt werden ok der Chat ist offenbar begeistert von der Idee es trägt noch einen Herrenabend ok es sind dann drei Aufbauspiele das ist egal Aufbauspiele eignen sich ja auch gut ok ich würde mal sagen die Resonanz ist ziemlich eindeutig na gut dann machen wir weiter dann machen wir weiter wir sind bis ins Jahr 1900 gekommen die Zeit wird nicht schneller vergehen aber ich denke was wir das nächste Mal sehen werden sind mit Sicherheit Luxuswagen und Rennsport und ja und und Heidi bestes Spiel des Jahres Lulu alleine kann einen ganzen Herrenabend unterhalten ok Leute dann gibt es zum Abschluss noch einen letzten Blick auf die Damen das ist Lilly hi hatten wir übrigens Lulu hier ach da hinten war Lulu ok also Lulu hatte euch am meisten begeistert mit das das war Vielen Dank.